Robert E. Howard Conan – Die Juwelen von Qualur Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Kapitel 1 – Wege der Intrige Die Klippen ragten Steier aus dem Dschungel empor. Turmhohe Steinwelle, die in der aufgehenden Sonne jadeblau und mattkaminrot schimmerten und sich über dem wogenden, smaragdfarbenen Meer aus Wedeln und Blättern nach Osten und Westen wölten. Sie sah unüberwindlich aus, diese riesige Palisade mit ihren schieren Vorhängen aus massivem Gestein, in denen Quatschstücke im Sonnenlicht schillernd aufblitzten. Aber der Mann, der sich mühsam hinaufarbeitete, war schon auf halbem Weg nach oben. Er war ein Mann aus einem Volk von Bergbewohnern, die es gewohnt waren, furchterregende Felsen zu erklimmen, und er war ein Mann von ungewöhnlicher Kraft und Beweglichkeit. Sein einziges Kleidungsstück war ein kurzes, rotseidenes Beinkleid, und seine Sandalen hatte er sich auf den Rücken geschnallt, damit sie nicht im Weg waren, ebenso wie sein Schwert und seinen Dolch. Der Mann war kräftig gebaut, geschmeidig wie ein Panther. Seine Haut war von der Sonne gebräunt, seine schwarze, kantig geschnittene Mähne wurde von einem silbernen Band an den Schläfen zusammengehalten. Seine eisernen Muskeln, seine schnellen Augen und seine sicheren Füße kamen ihm hier sehr entgegen, denn es war ein Aufstieg, der diese Eigenschaften auf die Probe stellte. Hundertfünfzig Fuß unter ihm wogte der Dschungel. In gleicher Entfernung über ihm zeichnete sich der Rand der Klippen gegen den Morgenhimmel ab. Er mühte sich ab wie einer, der von der Notwendigkeit der Eile getrieben wird. Dennoch war er gezwungen, sich im Schneckentempo fortzubewegen und sich wie eine Fliege an einer Wand festzuklammern. Seine tastenden Hände und Füße fanden Nischen und Vorsprünge, bestenfalls unsicheren Halt und manchmal hing er praktisch an seinen Fingernägeln. Doch er kletterte weiter, krallte sich fest, schlängelte sich, kämpfte um jeden Fuß. Ab und zu hielt er inne, um seine schmerzenden Muskeln auszuruhen, schüttelte sich den Schweiß aus den Augen und drehte den Kopf, um suchend über den Dschungel zu blicken und die grüne Weite nach jeder Spur menschlichen Lebens oder Bewegung zu durchkämmen. Jetzt war der Gipfel nicht mehr weit über ihm, und er bemerkte nur wenige Meter über seinem Kopf einen Einschnitt im steinen Felsen der Klippe. Einen Augenblick später hatte er sie erreicht, eine kleine Höhle knapp unterhalb des Randes. Als sich sein Kopf über den Rand des Bodens erhob, stöhnte er. Er klammerte sich dort fest, die Ellbogen über die Kante gestützt. Die Höhle war so winzig, dass sie kaum mehr als eine in den Stein gehauene Nische war. Aber sie beherbergte einen Bewohner. In der kleinen Höhle saß eine eingeschrumpfte, braune Mumie im Schneidersitz, die Arme auf der verdorrten Brust verschränkt, auf die der Schrumpfkopf gesunken war. Die Gliedmaßen waren mit Riemen aus Rohleder zusammengebunden, die nur noch verrottete Fetzen waren. Falls die Gestalt jemals bekleidet gewesen war, hatte der Zahn der Zeit die Kleidungsstücke schon vor langer Zeit zu Staub zerfallen lassen. Doch zwischen den verschränkten Armen und der geschrumpften Brust steckte eine Pergamentrolle, die vom Alter vergilbt war und die Farbe von altem Elfenbein hatte. Der Kletterer streckte einen langen Arm aus und riss diesen Zylinder weg. Ohne weiter nachzusehen, steckte er ihn in seinen Gürtel und zog sich hoch, bis er in der Öffnung der Nische stand. Ein Sprung nach oben und er hielt sich am Rand der Klippe fest und zog sich fast mit derselben Bewegung hinauf und hinüber. Dort blieb er keuchend stehen und starrte nach unten. Es war, als blicke er in das Innere einer riesigen Schale, die von einer kreisförmigen Steinmauer umrandet war. Der Boden der Schale war mit Bäumen und dichterer Vegetation bedeckt, doch nirgends wuchs es so dicht wie im Dschungel des äußeren Waldes. Die Felsen zogen sich ohne Unterbrechung und in gleichmäßiger Höhe um die Schale herum. Es war eine Laune der Natur, die vielleicht auf der ganzen Welt ihresgleichen sucht. Ein riesiges, natürliches Amphitheater. Ein kreisrundes Stück bewalteter Ebene mit einem Durchmesser von drei oder vier Meilen, abgeschnitten vom Rest der Welt und eingegrenzt durch den Ring dieser Palisadenklippen. Aber der Mann auf den Klippen widmete seine Gedanken nicht dem Staunen über das topografische Phänomen. Mit gespanntem Eifer suchte er die Baumkronen unter sich ab und stieß einen stürmischen Seufzer aus, als er das Glitzern von marmornen Kuppeln inmitten des glitzernden Grüns entdeckte. Es war also kein Mythos. Unter ihm lag der märchenhafte und verlassene Palast von Alkmenon. Conan der Chimeria, der einst auf den Bachara-Inseln, an der Schwarzen Küste und in vielen anderen Gegenden, in denen das Leben wild war, gelebt hatte, war der Verlockung eines sagenumwobenen Schatzes folgend in das Königreich Keschan gekommen, das den Schatz der turanischen Könige in den Schatten stellte. Keschan war ein barbarisches Königreich im östlichen Hinterland von Kusch, wo die weiten Graslandschaften mit den Wäldern, die sich von Süden her auftürmen, verschmelzen. Das Volk war ein Mischvolk, ein düsterer Adel, der über eine Bevölkerung herrschte, die größtenteils aus reinen Schwarzen bestand. Die Herrscher, Fürsten und hohe Priester behaupteten, von einer weißen Rasse abzustammen, die in einem mythischen Zeitalter ein Königreich mit der Hauptstadt Alkmenon regiert habe. Widersprüchliche Legenden versuchten, den Grund für den schließlichen Untergang dieser Rasse und die Aufgabe der Stadt durch die Hinterbliebenen zu erklären. Ebenso nebulös waren die Erzählungen über die Zähne von Gwalur, den Schatz von Alkmenon. Aber diese nebulösen Legenden hatten ausgereicht, um Conan über gewaltige Entfernungen von Ebenen, flussdurchzogenen Dschungeln und Bergen nach Keschan zu bringen. Er hatte Keschan gefunden, das von vielen nördlichen und westlichen Völkern als mythisch angesehen wurde, und er hatte genug gehört, um die Gerüchte über den Schatz zu bestätigen, den die Menschen die Zähne von Gwalur nannten. Aber das Versteck des Schatzes konnte er nicht in Erfahrung bringen, und er sah sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, seine Anwesenheit in Keschan zu erklären. Ungebundene Fremde waren dort nicht willkommen. Doch er ließ sich nicht beirren. Mit kühler Selbstsicherheit unterbreitete er den stattlichen, gefiederten und misstrauischen Granten des grausam prächtigen Hofes sein Angebot. Er war ein professioneller Kämpfer. Auf der Suche nach Arbeit, sagte er, sei er nach Keschan gekommen. Gegen ein Entgelt würde er die Armeen von Keschan ausbilden und sie gegen Punt, ihren Erbfeind, führen, dessen jüngste Erfolge im Feld den Zorn des jähzornigen Königs von Keschan erregt hatten. Das Angebot war nicht so kühn, wie es scheinen mochte. Conans Ruhm war ihm bis ins ferne Keschan vorausgeeilt. Seine Heldentaten als Anführer der schwarzen Kusaren, jener Wölfe der südlichen Küsten, hatte seinen Namen in allen schwarzen Königreichen bekannt, bewundert und gefürchtet gemacht. Er nahm die von den dunklen Herrschern ersonnenen Prüfungen an. Entlang der Grenze kam es immer wieder zu Scharmützeln, die dem Chimeria reichlich Gelegenheit boten, seine Fähigkeiten im Nahkampf zu beweisen. Seine rücksichtslose Grausamkeit beeindruckte die Fürsten von Keschan, die bereits von seinem Ruf als Anführer von Männern wussten und die Aussichten schienen günstig zu sein. Alles, was Conan sich insgeheim wünschte, war eine Beschäftigung, die ihm einen legitimen Vorwand lieferte, lange genug in Keschan zu bleiben, um das Versteck der Zähne von Gwalur ausfindig zu machen. Dann kam es zu einer Unterbrechung. Tutmekri kam an der Spitze einer Gesandtschaft aus Zimbabwe nach Keschan. Tutmekri war ein Stygier, ein Abenteurer und Schurke, dessen Verstand ihn den Zwillingskönigen des großen Hybriden Handelsreiches empfohlen hatte, das viele Tagesmärsche weiter östlich lag. Er und der Chimeria kannten sich seit langem, und zwar ohne Liebe. Tutmekri hatte dem König von Keschan ebenfalls ein Angebot zu unterbreiten, das die Eroberung von Punt betraf. Ein Königreich, das übrigens östlich von Keschan lag und vor kurzem die zimbabwanischen Händler vertrieben und ihre Festungen niedergebrannt hatte. Sein Angebot übertraf sogar das Prestige Conans. Er versprach, mit einem Heer von schwarzen Speerkämpfern, chemitischen Bogenschützen und Söldnerschwertkämpfern von Osten her in Punt einzumarschieren und dem König von Keschan bei der Annexion des feindlichen Königreiches zu helfen. Die gütigen Könige von Zimbabwe verlangten lediglich ein Monopol auf den Handel mit Keschan und seinen Nebenländern, und als Unterpfand für guten Willen einige der Zähne von Qualur. Tutmekri beeilte sich, den misstrauischen Häuptlingen zu erklären, dass diese nicht für unlautere Zwecke verwendet würden. Sie würden im Tempel von Zimbabwe, neben den gedrungenen Goldgötzen von Dagon und der Keto aufgestellt werden, heiligen Gästen im heiligen Schrein des Königreichs, um den Bund zwischen Keschan und Zimbabwe zu besiegeln. Diese Aussage zauberte ein wildes Grinsen auf Conans harte Lippen. Der Chimeria machte keine Anstalten, sich mit Tutmekri und seinem chemitischen Partner Zagheba auf einen Kampf der Sinne und Intrigen einzulassen. Er wusste, dass Tutmekri, sollte er seinen Standpunkt durchsetzen, auf die sofortige Verbannung seines Rivalen bestehen würde. Conan konnte nur eines tun, die Juwelen finden, bevor der König von Keschan sich entschied und mit ihnen fliehen. Doch inzwischen war er sich sicher, dass sie nicht in Keschaya, der königlichen Stadt, versteckt waren, die ein Gewimmel von strohgedeckten Hütten war, die sich um eine Lehmmauer drängten, die einen Palast aus Stein, Lehm und Bambus umschloss. Während er in nervöser Ungeduld schwelgte, verkündete der hohe Priester Gorulga, dass vor einer Entscheidung der Wille der Götter bezüglich des geplanten Bündnisses mit Zimbabwe und der Verpfändung von Gegenständen, die seit langem als heilig und unverletzlich galten, in Erfahrung gebracht werden müsse. Das Orakel von Alkmenon musste konsultiert werden. Das war eine ehrfurchtgebietende Angelegenheit, die in den Palästen und Hütten für aufgeregtes Gezeter sorgte. Seit einem Jahrhundert hatten die Priester die Stille der Stadt nicht mehr Besuch. Das Orakel, so sagten die Menschen, war die Prinzessin Jelaja, die letzte Herrscherin von Alkmenon, die in der Blüte ihrer Jugend und Schönheit gestorben war und deren Körper auf wundersame Weise über die Jahrhunderte hinweg unversehrt geblieben war. Vor langer Zeit waren Priester in die verwunschene Stadt gekommen und sie hatte ihnen Weisheit gelehrt. Der letzte Priester, der das Orakel aufsuchte, war ein böser Mann, der versuchte, die seltsam geschliffenen Juwelen, die die Menschen die Zähne von Qualur nannten, für sich zu stehlen. Doch ein Unglück ereilte ihn, in dem verlassenen Palast, von dem seine Gefolgsleute auf der Flucht Schreckensgeschichten erzählten, die hundert Jahre lang die Priester aus der Stadt und dem Orakel verscheuchten. Aber Gorulga, der jetzige hohe Priester, kündigte im Vertrauen auf seine eigene Integrität an, dass er mit einer Handvoll Gefolgsleuten gehen würde, um den alten Brauch wieder aufleben zu lassen. Und in der Aufregung zischten die Zungen unbedacht und Conan erhaschte den Hinweis, nachdem er wochenlang gesucht hatte. Das belauschte Geflüster eines niederen Priesters, das den Chimeria in der Nacht vor dem Morgengrauen, als die Priester aufbrechen sollten, aus Kishia herausschleichen ließ. Eine Nacht und einen Tag und eine Nacht lang ritt er so schnell er konnte, bis er in der frühen Morgendämmerung zu den Klippen von Alkmenon kam, die in der südwestlichen Ecke des Königreichs inmitten eines unbewohnten Dschungels lagen, der für die einfachen Menschen tabu war. Niemand außer den Priestern wagte es, sich dem verwunschenen Tal auf eine Entfernung von vielen Meilen zu nähern. Und seit hundert Jahren hatte nicht einmal ein Priester Alkmenon betreten. Die Legenden besagten, dass noch nie ein Mensch diese Klippen erklommen hatte und niemand außer den Priestern kannte den geheimen Eingang in das Tal. Conan verschwendete keine Zeit damit, danach zu suchen. Für einen Mann, der in den zerklüfteten Hügeln von Chimeria geboren war, waren Steilhänge, die diese schwarzen Menschen, Reiter und Bewohner von Ebenen und Wäldern abschreckten, nicht unmöglich. Jetzt auf dem Gipfel der Klippen blickte er in das kreisförmige Tal hinab und fragte sich, welche Seuche, welcher Krieg oder welcher Aberglaube die Angehörigen dieser alten weißen Rasse aus ihrer Festung getrieben hatte, um sich mit den schwarzen Stämmen zu vermischen und von ihnen aufgesogen zu werden, die sie umgaben. Dieses Tal war ihre Zitadelle gewesen. Dort stand der Palast und dort wohnten nur die königliche Familie und ihr Hofstaat. Die eigentliche Stadt lag außerhalb der Klippen. Die wogenden Massen grüner Dschungelvegetation verbargen ihre Ruinen. Aber die Kuppeln, die in den Blättern unter ihm glitzerten, waren die unversehrten Zinnen des königlichen Palastes von Alkmenon, der den zersetzenden Zeiten getrotzt hatte. Er schwang ein Bein über den Rand und stieg schnell hinunter. Die Innenseite der Klippen war zerklüfterter und nicht ganz so steil. In weniger als der Hälfte der Zeit, die er gebraucht hatte, um die Außenseite zu erklimmen, fiel er auf den mit Gras bewachsenen Talboden. Mit einer Hand an seinem Schwert sah er sich aufmerksam um. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass die Menschen logen, als sie sagten, Alkmenon sei leer und verlassen und werde nur von den Geistern der toten Vergangenheit heimgesucht. Aber es lag in Conans Natur, misstrauisch und wachsam zu sein. Die Stille war urwüchsig, nicht einmal ein Blatt zitterte an einem Ast. Als er sich bückte, um unter die Bäume zu spähen, sah er nichts als die aufgereihten Stämme, die immer weiter in die blaue Düsternis des tiefen Waldes vordrangen. Dennoch ging er vorsichtig weiter. Das Schwert in der Hand, seine rastlosen Augen durchkämpend die Schatten von einer Seite zur anderen, sein federnder Schritt machte kein Geräusch auf der Grasnarbe. Überall um ihn herum sah er Zeichen einer alten Zivilisation. Marmorbrunnen, stumm und bröckelnd, standen in Kreisen schlanker Bäume, deren Muster zu symmetrisch war, um ein Zufall der Natur gewesen zu sein. Wald und Gestrüpp waren in die gleichmäßig angelegten Haine eingedrungen, aber ihre Umrisse waren noch zu erkennen. Unter den Bäumen verliefen breite Bürgersteige, die unterbrochen waren und durch deren breite Fugen Gras wuchs. Er erblickte Mauern mit ornamentalen Abdeckungen, Gitter aus behauenem Stein, die einst als Wände von Vergnügungspavillons gedient haben könnten. Vor ihm, zwischen den Bäumen hindurch, schimmerten die Kuppeln und je weiter er kam, desto deutlicher wurde der Umfang der sie tragenden Struktur. Als er sich durch einen Sichtschutz aus weinbewachsenen Ästen drängte, kam er in einen relativ offenen Raum, in dem die Bäume nicht von Gestrüpp überwuchert waren und sah vor sich den breiten Säulenportikus des Palastes. Als er die breiten Marmorstufen hinaufstieg, stellte er fest, dass das Gebäude in einem weitaus besseren Erhaltungszustand war, als die kleineren Bauwerke, die er gesehen hatte. Die dicken Mauern und massiven Säulen schienen zu mächtig, um vor dem Ansturm der Zeit und der Elemente zu zerbröckeln. Über allem lag dieselbe verzauberte Stille. Das katzenartige Schachen seiner Sandalenfüße wirkte in der Stille erschreckend laut. Irgendwo in diesem Palast befand sich das Bildnis, das in vergangenen Zeiten den Priestern von Kishan als Orakel gedient hatte. Und irgendwo in diesem Palast, es sei denn, der unvorsichtige Priester hatte eine Lüge ausgeplaudert, war der Schatz der vergessenen Könige von Alkmenon verborgen. Conan gelangte in eine breite, hohe Halle, die von hohen Säulen gesäumt war, zwischen denen Bögen klafften, deren Türen längst verrottet waren. Er durchquerte sie im Dämmerlicht und ging am anderen Ende durch große, doppelflügelige, bronze Türen, die teilweise offen standen, so wie sie vielleicht schon seit Jahrhunderten gestanden hatten. Er kam in einen riesigen Kuppelraum, der den Königen von Alkmenon als Audienzsaal gedient haben musste. Sie hatte eine achteckige Form, und die große Kuppel, in der sich die hohe Decke wölbte, war offensichtlich raffiniert durchbrochen, denn die Kammer war viel besser beleuchtet als der Saal, der zu ihr führte. An der anderen Seite des großen Raumes erhob sich ein Podest, zu dem breite Lapislazuli-Stufen hinaufführten, und auf diesem Podest stand ein massiver Stuhl mit verschnörkelten Armlehnen und einer hohen Rückenlehne, die zweifellos einst einen Baldachrin aus Goldgewebe getragen hatte. Conan grunzte heftig und seine Augen leuchteten. Der goldene Thron von Alkmenon, wie er in uralten Legenden genannt wird. Er taxierte ihn mit geübtem Blick. Er stellte ein Vermögen dar, wenn er ihn nur wegtragen konnte. Sein Reichtum beflügelte seine Fantasie, was den Schatz selbst betraf, und ließ ihn vor Begierde brennen. Es juckte ihn, in den Fingern in die Edelsteine einzutauchen, die ihm von den Erzählern auf den Marktplätzen von Kishia beschrieben worden waren, welche die Geschichten wiederholten, die von Mund zu Mund durch die Jahrhunderte weitergegeben worden waren. Juwelen, die es auf der Welt kein zweites Mal gab. Rubine, Smaragde, Diamanten, Blutsteine, Opale, Saphire, die Beute der alten Welt. Er hatte erwartet, die Orakelgestalt auf dem Thron sitzend vorzufinden, aber da dies nicht der Fall war, befand sie sich wahrscheinlich in einem anderen Teil des Palastes, wenn es so etwas überhaupt gab. Aber seit er seinen Blick auf Kishan gerichtet hatte, hatten sich so viele Mythen als wahr erwiesen, dass er nicht daran zweifelte, dass er eine Art Bildnis oder eine Gottheit finden würde. Hinter dem Thron befand sich eine schmale gewölbte Tür, die zu Alkmenons Lebzeiten zweifellos durch Vorhänge verdeckt gewesen war. Er warf einen Blick hindurch und sah, dass sie in eine leere Nische führte, von der im rechten Winkel ein schmaler Korridor abging. Als er sich davon abwandte, erblickte er links vom Podium einen weiteren Bogen, der im Gegensatz zu den anderen mit einer Tür versehen war. Und es war keine gewöhnliche Tür. Das Portal war aus demselben reichen Metall wie der Thron und mit vielen seltsamen Arabesken verziert. Auf seine Berührung hin schwang es so leicht auf, als wären die Scharniere erst kürzlich geölt worden. Drinnen blieb er stehen und starrte. Er befand sich in einem quadratischen Raum ohne große Ausmaße, dessen Marmorwände sich bis zu einer kunstvollen mit goldverzierten Decke erhoben. Goldfriese säumten den unteren und oberen Teil der Wände und es gab keine andere Tür als die, durch die er eingetreten war. Aber er nahm diese Details nur mechanisch zur Kenntnis. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der Gestalt, die vor ihm auf einem elfenbeinernen Sockel lag. Er hatte ein Bild erwartet, das wahrscheinlich mit dem Geschick einer vergessenen Kunst geschnitzt worden war. Aber keine Kunst konnte die Vollkommenheit der Gestalt, die vor ihm lag, nachbilden. Es war kein Abbild aus Stein, Metall oder Elfenbein. Es war der tatsächliche Körper einer Frau. Und durch welche dunklen Künste diese Form über so viele Zeitalter hinweg unbefleckt erhalten geblieben war, konnte Conan nicht einmal erahnen. Selbst die Kleidung, die sie trug, war unversehrt. Und Conan blickte finster drein, denn ein vages Unbehagen regte sich in seinem Hinterkopf. Die Künste, die den Körper konserviert hatten, hätten den Kleidern nichts anhaben können. Und doch waren sie da. Goldene Brustplatten, die mit konzentrischen Kreisen aus kleinen Edelsteinen besetzt waren. Vergoldete Sandalen und ein kurzer seitener Rock, der von einem Juwelen besetzten Gürtel gehalten wurde. Weder Stoff noch Metall zeigten Anzeichen von Verfall. Jelaya war selbst im Tod noch von kühler Schönheit. Ihr Körper war wie Alabaster, schlank und doch üppig. Ein großer kamesinroter Edelstein schimmerte auf dem dunkel aufgetürmten Schaum ihres Haares. Conan blickte stirnrunzelnd auf sie herab und klopfte dann mit seinem Schwert auf den Sockel. Er dachte an eine mögliche Höhlung, in der sich der Schatz befand, aber das Podest klang fest. Er drehte sich um und schritt unschlüssig in der Kammer umher. Wo sollte er in der begrenzten Zeit, die ihm zur Verfügung stand, zuerst suchen? Der Priester, den er belauscht hatte, wie er mit seiner Kortisane sprach, hatte gesagt, der Schatz sei im Palast versteckt. Aber das war ein sehr weitläufiger Raum. Er überlegte, ob er sich verstecken sollte, bis die Priester gekommen und gegangen waren, um dann die Suche fortzusetzen. Aber es bestand eine große Chance, dass sie die Juwelen mitnehmen würden, wenn sie nach Kishia zurückkehrten. Denn er war überzeugt, dass Tutmekri, Gurulga manipuliert hatte. Conan konnte Tutmekris Pläne vorhersehen, denn er kannte den Mann. Er wusste, dass es Tutmekri gewesen war, der den Königen von Zimbabwe die Eroberung von Punt vorgeschlagen hatte. Eine Eroberung, die nur ein Schritt auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel war. Die Eroberung der Zähne von Gwalur. Diese misstrauischen Könige verlangten den Beweis, dass der Schatz wirklich existierte, bevor sie etwas unternahmen. Die Juwelen, die Tutmekri als Pfand verlangte, würden diesen Beweis erbringen. Wenn der Beweis für die Existenz des Schatzes erbracht wäre, würden die Könige von Zimbabwe handeln. Punt würde gleichzeitig vom Osten und vom Westen her angegriffen werden, aber die Zimbabwe würden dafür sorgen, dass die Kishani den größten Teil der Kämpfe austrugen und dann, wenn sowohl Punt als auch Kishan vom Kampf erschöpft waren, würden die Zimbabwe beide Völker zerschlagen, Kishan plündern und den Schatz mit Gewalt an sich nehmen und wenn sie dafür jedes Gebäude zerstören und jeden lebenden Menschen im Königreich foltern müssten. Aber es gab noch eine andere Möglichkeit. Wenn Tutmekri den Schatz in die Hände bekäme, wäre es typisch für ihn, seine Dienstherren zu betrügen, die Juwelen für sich selbst zu stehlen und sich aus dem Staub zu machen, während die Abgesandten der Zimbabwe die Rechnung dafür erhielten. Conan glaubte, dass diese Befragung des Orakels nur eine List war, um den König von Kishan dazu zu bringen, Tutmekris Wünschen nachzugeben. Denn er zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass Gurulga ebenso raffiniert und verschlagen war, wie alle anderen, die in diesen großen Schwindel verwickelt waren. Conan hatte sich nicht selbst an den Hohepriester gewandt, denn im Spiel der Bestechung hätte er keine Chance gegen Tutmekri und es zu versuchen hieße, dem Stygier direkt in die Hände zu spielen. Gurulga könnte den Chimeria vor dem Volk anprangern, sich den Ruf der Integrität erwerben und Tutmekri mit einem Schlag seines Rivalen entledigen. Er fragte sich, wie Tutmekri den Hohepriester korrumpiert hatte und was man einem Mann, der den größten Schatz der Welt in Händen hält, als Bestechung war er sich sicher, dass das Orakel sagen würde, die Götter hätten gewollt, dass Kishan den Wünschen Tutmekris folgte und er war sich auch sicher, dass es ein paar spitze Bemerkungen über ihn selbst fallen lassen würde. Danach würde Kishia zu heiß für den Chimeria sein und Conan hatte auch nicht die Absicht zurückzukehren, als er in der Nacht davon ritt. Die großen Thronsaal und legte seine Hände auf den Thron. Er war schwer, aber er konnte ihn hochkippen. Der Boden unter ihm, eine dicke Marmorplatte, war fest. Wieder suchte er die Nische. Seine Gedanken klammerten sich an eine geheime Krypta in der Nähe des Orakels. Mühsam klopfte er an den Wänden entlang und bald klangen seine Schläge hohl an einer Stelle gegenüber der Mündung des schmalen Ganges. Als er genauer hinsah, bemerkte er, dass der Riss zwischen der Marmorplatte an dieser Stelle und der nächsten breiter war als sonst. Er setzte seine Deuchspitze ein und stieß zu. Leise schwang die Platte auf und gab eine Nische in der Wand frei, aber sonst nicht. Er fluchte innerlich. Die Öffnung war leer und es sah nicht so aus, als hätte sie jemals als Schatzkiste gedient. Als er sich in die Nische hineinbeugte, sah er ein System von winzigen Löchern in der Wand, etwa auf der Höhe des Mundes eines Mannes. Er sperrte hindurch und grunzte verstehend. Das war die Wand, die die Trennwand zwischen der Nische und der Orakelkammer bildete. Diese Löcher waren in der Kammer nicht zu sehen gewesen. Conan grinste. Das erklärte das Geheimnis des Orakels, aber es war etwas gröber, als er erwartet hatte. Gorulga würde entweder sich selbst oder einen vertrauenswürdigen Diener in diese Nische setzen, um durch die Löcher zu sprechen und die leichtgläubigen Akulyten, allesamt Schwarze, würden dies als die wahre Stimme Jelayas akzeptieren. Dekimeria erinnerte sich an etwas und holte die Perkamentrolle hervor, die er der Mumie entnommen hatte und rollte sie vorsichtig aus, da sie mit dem Alter zu zerfallen drohte. Er betrachtete die undeutlichen Schriftzeichen, mit denen es bedeckt war. Auf seinen Streifzügen durch die Welt hatte der hünenhafte Abenteurer ein breites Spektrum an Wissen aufgeschnappt, insbesondere das Sprechen und Lesen vieler fremder Sprachen. Manch ein behüteter Gelehrter wäre über die sprachlichen Fähigkeiten des Chimerias erstaunt gewesen, denn er hatte schon viele Abenteuer erlebt, bei denen die Kenntnis einer fremden Sprache den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeutet hatte. Die Schriftzeichen waren rätselhaft, vertraut und unverständlich zugleich und bald entdeckte er den Grund. Es waren die Zeichen des archaischen Pelishtisch, das sich in vielen Punkten von der modernen Schrift unterschied, die erkannte und die vor drei Jahrhunderten durch die Eroberung durch einen Nomadenstamm abgewandelt worden war. Diese ältere, reinere Schrift verblüffte ihn. Er erkannte jedoch eine wiederkehrende Phrase, die er als Eigennamen erkannte. Bitt Yakin. Er vermutete, dass Name des Schreibers war. Mit finsterer Miene, die Lippen unbewusst bewegend, blätterte er durch das Manuskript und stellte fest, dass vieles davon unübersetzbar und der Rest undeutlich war. Er erfuhr, dass der Verfasser, der geheimnisvolle Bitt Yakin, mit seinen Dienern von weit her gekommen war und das Tal von Alkmenon betreten hatte. Vieles, was folgte, war bedeutungslos, da es mit unbekannten Phrasen und Zeichen durchsetzt war. Das, was er übersetzen konnte, schien auf das Verstreichen einer sehr langen Zeitspanne hinzuweisen. Der Name Yelaya wurde häufig wiederholt und gegen Ende des Manuskripts wurde deutlich, dass Bitt Yakin wusste, dass der Tod über ihn kam. Mit einem leichten Schrecken erkannte Conan, dass es sich bei der Mumie in der Höhle um die sterblichen Überreste des Verfassers des Manuskripts des geheimnisvollen Pelishti Bitt Yakin handeln musste. Der Mann war gestorben, wie er es prophezeit hatte, und seine Diener hatten ihn offensichtlich in diese offene Gruft hoch oben auf den Klippen gelegt, wie er es vor seinem Tod angeordnet hatte. Es war seltsam, dass Bitt Yakin in keiner der Legenden von Akmenon erwähnt wurde. Offensichtlich war er in das Tal gekommen, nachdem es von den ursprünglichen Bewohnern verlassen worden war. Das Manuskript deutete darauf hin, aber es schien seltsam, dass die Priester, die in den alten Tagen kamen, um das Orakel zu befragen, den Mann oder seine Diener nicht gesehen hatten. Conan war sich sicher, dass die Mumie und dieses Pergament mehr als hundert Jahre alt waren. Bitt Yakin hatte im Tal gewohnt, als die Priester vor langer Zeit kamen, um sich vor der toten Jelaja zu verneiden. Doch über ihn schwiegen die Legenden. Sie erzählten nur von einer verlassenen Stadt, die nur von den Toten heimgesucht wurde. Warum hatte der Mann in diesen trostlosen Ort gelebt und wohin waren seine Diener gegangen, nachdem sie den Leichnam ihres Herrn entsorgt hatten? Conan zuckte mit den Schultern und steckte das Pergament zurück in seinen Gürtel. Er zuckte heftig zusammen, die Haut auf seinen Handrücken kribbelte. In der schläfrigen Stille war plötzlich das tiefe, schrille Klirren eines großen Gongs zu hören gewesen. Er drehte sich um, kauerte wie eine große Katze das Schwert in der Hand und starrte den schmalen Korridor hinunter, aus dem das Geräusch gekommen zu sein schien. Waren die Priester von Keschia angekommen? Das war unwahrscheinlich, das wusste er. Sie hätten keine Zeit gehabt, das Tal zu erreichen. Aber dieser Gong war ein untrügliches Zeichen für die Anwesenheit von Menschen. Conan war im Grunde ein Mann der Tat. Die Raffinesse, die er besaß, hatte er durch den Wenn er durch ein unerwartetes Ereignis überrumpelt wurde, kehrte er instinktiv zu seinem gewohnten Verhalten zurück. Anstatt sich zu verstecken oder in die entgegengesetzte Richtung zu schleichen, wie es ein normaler Mensch getan hätte, rannte er den Korridor in Richtung des Geräusches hinunter. Seine Sandalen machten nicht mehr Geräusche als die Ballen eines Panthers. Seine Augen waren Schlitze, seine Lippen unbewusst zusammengepresst. Panik hatte seine Seele beim Schock dieses unerwarteten Nachhalts kurzzeitig erfasst. Und die rote Wut des Primitiven, die bei drohender Gefahr geweckt wird, lauerte immer dicht unter der Oberfläche des Chimerias. Kurz darauf trat er aus dem gewundenen Korridor auf einen kleinen offenen Hof. Etwas, das in der Sonne glitzerte, erregte seine Aufmerksamkeit. Es war der Gong, eine große goldene Scheibe, die an einem goldenen Arm hing, der aus der bröckelnden Wand ragte. Ein Messinghammer lag in der Nähe, aber es war weder ein Geräusch zu hören, noch ein Mensch zu sehen. Die umliegenden Gewölbe klafften ins Leere. Conan kauerte eine gefühlte Ewigkeit in der Türöffnung. In dem großen Palast gab es weder Geräusche noch Bewegungen. Schließlich war seine Geduld erschöpft und er glitt um die Kurve des Hofes, spähte in die Gewölbe, bereit wie ein Lichtblitz, in die eine oder die andere Richtung zu springen oder nach rechts oder links wie eine Kobra zuzuschlagen. Er erreichte den Gong und sprang in den nächsten Torbogen. Er sah nur eine schummrige Kammer, übersät mit den Trümmern des Verfalls. Unter dem Gong war auf den polierten Marmorplatten kein Fußabdruck zu sehen. Aber es lag ein Geruch in der Luft. Ein schwacher, fauliger Geruch, den er nicht zuordnen konnte. Seine Nasenlöcher weiteten sich wie die eines wilden Tieres, als er vergeblich versuchte, ihn zu identifizieren. Er wandte sich dem Gewölbe zu. Mit erschreckender Plötzlichkeit zersplitterten die scheinbar festen Platten und gaben unter seinen Füßen nach. Noch während er fiel, breitete er seine Arme aus und griff nach den Rändern der Öffnung, die unter ihm klaffte. Die Ränder bröckelten unter seinen klammernden Fingern ab. Er schoss hinunter in die völlige Schwärze, in schwarzes, eisiges Wasser, das ihn packte und mit atemloser Geschwindigkeit davonwirbelte. Kapitel 2 Eine Göttin Erwacht Der Chimeria unternahm zunächst keinen Versuch, gegen die Strömung anzukämpfen, die ihn durch die lichtlose Nacht trieb. Er hielt sich über Wasser, hielt das Schwert zwischen den Zähnen, das er auch bei seinem Sturz nicht aus der Hand gelassen hatte und versuchte nicht zu erahnen, in welches Verderben er getrieben wurde. Doch plötzlich durchdrang ein Lichtstrahl die Dunkelheit vor ihm. Er sah die wogende, brodelnde schwarze Wasseroberfläche, die in Aufruhr war, als würde sie von einem Ungeheuer der Tiefe aufgewühlt und er sah die steilen Steinwände des Kanals, die sich zu einem Gewölbe über ihm krümmten. Auf jeder Seite befand sich ein schmaler Vorsprung, knapp unterhalb der gewölbten Decke, aber sie waren weit außerhalb seiner Reichweite. An einer Stelle war dieses Gewölbe aufgebrochen, wahrscheinlich und das Licht strömte durch die Öffnung. Hinter diesem Lichtschacht herrschte völlige Schwärze und der Chimeria geriet in Panik, als er sah, dass er an diesem Lichtpunkt vorbei und wieder in die unbekannte Schwärze getrieben werden würde. Dann sah er etwas anderes, bronzene Leitern, die in regelmäßigen Abständen von den Felsvorsprüngen zur Wasseroberfläche führten und eine davon befand sich direkt vor ihm. Sofort stürzte er sich darauf und kämpfte gegen die Strömung an, die ihn in der Mitte des Stroms halten wollte. Er zehrte an ihm, wie mit greifbaren, lebendigen, schleimigen Händen, aber er stemmte sich mit der Kraft der Verzweiflung gegen die tosende Brandung und kam immer näher ans Ufer, wobei er verbissen um jeden Zentimeter kämpfte. und wandte seine Aufmerksamkeit der aufgebrochenen Decke zu. Er konnte seine Arme durch den Spalt nach oben strecken und sich an der Kante festhalten und ein vorsichtiger Test zeigte ihm, dass sie sein Gewicht tragen würde. Einen Augenblick später hatte er sich durch das Loch hoch gezogen und befand sich in einer weiten Kammer, die sich in einem äußerst baufälligen Zustand befand. Der größte Teil des Daches war eingestürzt, ebenso wie ein großer Teil des Bodens, der über dem Gewölbe eines unterirdischen Flusses lag. Zerfallene Bögen öffneten sich zu anderen Kammern und Gängen und Conan glaubte, sich noch immer in dem großen Palast zu befinden. Er fragte sich unbehaglich, wie viele Kammern in diesem Palast direkt über dem Wasser lagen und wann die alten Platten oder Kacheln wieder nachgeben und ihn zurück in den Strom stürzen würden, aus dem er gerade gekrochen war. Und er fragte sich, ob dieser Sturz wirklich ein Unfall gewesen war. Hatten die verrotteten Platten einfach unter seinem Gewicht nachgegeben oder gab es eine unheilvollere Erklärung? Eines war jedenfalls klar, er war nicht das einzige Lebewesen in diesem Palast. Der Gong war nicht von selbst erklungen, ob das Geräusch ihn nun in den Tod locken sollte oder nicht. Die Stille des Palastes wurde plötzlich unheimlich von einer schleichenden Bedrohung durchdrungen. Könnte es sich um jemanden handeln, der in derselben Mission unterwegs war wie er selbst? Bei der Erinnerung an den geheimnisvollen Bitt Jakin kam ihm plötzlich ein Gedanke. War es nicht möglich, dass dieser Mann während seines langen Aufenthalts in Alkmenon die Zähne von Gvalur gefunden hatte? Dass seine Diener sie mitgenommen hatten, als sie abreisten? Die Möglichkeit, dass er einem Ehrlicht gefolgt war, machte den Korridor, von dem er glaubte, dass er zu dem Teil des Palastes zurückführte, den er zuerst betreten hatte, und eilte ihn entlang, wobei er mit vorsichtigen Schritten an den schwarzen Fluss dachte, der irgendwo unter seinen Füßen brodelte und schäumte. Seine Überlegungen drehten sich immer wieder um die Orakelkammer und ihren rätselhaften Bewohner. Irgendwo in der Nähe musste sich der Hinweis auf das Geheimnis des Schatzes befinden, wenn er tatsächlich noch in seinem uralten Versteck verborgen war. Der große Palast lag still wie eh und je, gestört nur durch das schnelle Vorbeigehen seiner beschuten Füße. Die Gemächer und Säle, die er durchquerte, waren verfallen, aber je weiter er kam, desto weniger war der Verfall zu erkennen. Er fragte sich kurz, zu welchem Zweck die Leitern an den Felsvorsprüngen über dem unterirdischen Fluss aufgehängt worden waren, verwarf die Frage aber nach einem Achselzucken. Er war wenig daran interessiert, über wenig lohnende Probleme des Altertums zu spekulieren. Er war sich nicht sicher, wo genau die Orakelkammer lag, aber bald kam er in einen Korridor, der unter einem der Gewölbe zurück in den großen Thronsaal führte. Er hatte einen Entschluss gefasst. Es war sinnlos auf der Suche nach dem Hort, ziellos im Palast umher zu wandern. Er würde sich hier irgendwo verstecken, warten, bis die Kishani-Priester kamen, und dann, nachdem sie die Farce mit der Befragung des Orakels hinter sich gebracht hatten, würde er ihnen zu dem Versteck der Edelsteine folgen, zu dem sie, da war er sich Rest zufrieden geben. Von einer morbiden Faszination ergriffen, betrat er erneut die Orakelkammer und starrte auf die reglose Gestalt der als Göttin verehrten Prinzessin hinab, die ihn mit ihrer kalten Schönheit in ihren Bann zog. Welches rätselhafte Geheimnis war in dieser wundervoll geformten Gestalt verborgen? Er zuckte heftig zusammen, der Atem stockte ihm zwischen den Zähnen, die kurzen Haare sträubten sich auf seiner Kopfhaut. Der Körper lag immer noch so da, wie er ihn zum ersten Mal gesehen hatte, stumm und reglos, mit Brustpanzern aus Goldschmuck, vergoldeten Sandalen und seidenem Rock. Aber jetzt gab es einen feinen Unterschied. Die geschmeidigen Glieder waren nicht starr. Eine Pfirsichblüte berührte die Wangen, die Lippen waren rot. Mit einem panischen Fluch riss Conan sein Schwert heraus. Kromm, sie lebt. Bei seinen Worten hoben sich die langen dunklen Wimpern. Die Augen öffneten sich und blickten ihn unergründlich an, dunkel, glänzend, mythisch. Er starrte sie in stacher Sprachlosigkeit an. Sie setzte sich mit einer geschmeidigen Leichtigkeit auf und hielt immer noch seinen verzauberten Blick gefangen. Er leckte sich über die trockenen Lippen und fand seine Stimme. Du bist bist du Jelaja, stammelte er. Ich bin Jelaja. Die Stimme war voll und musikalisch und er starrte mit neuer Verwunderung. Habt keine Angst. Ich werde dir nichts tun, wenn du mir gehorchst. Wie kann eine tote Frau nach all den Jahrhunderten wieder lebendig werden? fragte er, als zweifle er an dem, was seine Sinne ihm sagten. Ein neugieriger Schimmer begann in seinen Augen zu glimmen. Sie hob ihre Arme in einer mystischen Geste. Ich bin eine Göttin, vor tausend Jahren ereilte mich der Fluch der großen Götter, der Götter der Dunkelheit, jenseits der Grenzen des Lichts. Das Sterbliche in mir starb, die Göttin in mir wird niemals sterben. Hier habe ich so viele Jahrhunderte gelegen, um jede Nacht bei Sonnenuntergang zu erwachen und meinen Hofstaat wie einst zu halten, mit Gespenstern aus den Schatten der Vergangenheit. Mensch, wenn du nicht das sehen willst, was deine Seele für immer zerstören wird, geh schnell weg, ich befehle es dir, geh. Die Stimme wurde gebieterisch und ihr schlanker Arm hob sich und zeigte auf ihn. Conan, dem die Augen zu schlitzen wurden, zog langsam sein Schwert aus der Scheide, aber er gehorchte ihrem Befehl nicht. Er trat näher, wie von einer mächtigen Faszination getrieben. Ohne die geringste Vorwarnung packte er sie mit einem bärenhaften Griff. Sie stieß einen gottlosen Schrei aus und es gab ein Geräusch von reißender Seide, als er ihr mit einem rücksichtslosen Ruck den Rock herunter riss. Göttin Sein Bellen war von wütender Verachtung erfüllt. Er ignorierte die verzweifelten Zuckungen seiner Gefangenen. Ich dachte, es sei seltsam, dass eine Prinzessin von Alkmenon mit korinthischem Akzent spricht. Als ich mich wieder gefasst hatte, wusste ich, dass ich dich bereits irgendwo gesehen hatte. Du bist Muriela, das korinthische Tanzmädchen von Zarkeba. Dieses halbmondförmige Muttermal auf deiner Hüfte beweist es. Ich sah es einmal, als Zarkeba dich auspeitschte. Göttin Bah! Er schlug verächtlich und schallend mit der offenen Hand auf die verräterische Hüfte und das Mädchen jaulte jämmerlich auf. Ihre ganze Erhabenheit war aus ihr Gewichen. Sie war nicht mehr die mythische Gestalt der Antike, sondern ein verängstigtes und gedemütigtes Tanzmädchen, wie man es auf fast jedem chemitischen Marktplatz kaufen kann. Sie erhob ihre Stimme und weihte schamlos. Ihr Peiniger blickte mit wütendem Triumph auf sie herab. Göttin, ha! Du warst also eine der verschleierten Frauen, die Zarkheba mit nach Kishia brachte. Hast du geglaubt, du könntest mich täuschen, du kleine Nerin? Vor einem Jahr sah ich dich in Akbitana mit diesem Schwein Zarkheba und ich vergesse keine Gesichter oder Frauen gestalten. Ich glaube, ich werde... Sie wälzte sich in seinem Griff und warf ihre schlanken Arme um seinen massigen Hals. Die Tränen liefen ihr über die Wangen und ihr Schluchzen hatte einen hysterischen Unterton. Oh, bitte, tu mir nicht weh, bitte nicht. Ich musste es tun. Zarkheba hat mich hierher gebracht, um das Orakel zu spielen. Du frevelhaftes kleines Luder, grollte Conan. Fürchtest du die Götter nicht? Kram, gibt es denn nirgendwo Ehrlichkeit? Oh, bitte! Sie flehte und zitterte vor Angst. Ich konnte Zarkheba nicht ungehorsam sein. Oh, was soll ich tun? Ich werde von diesen heidnischen Göttern verflucht werden. Was glaubst du, was die Priester mit dir machen werden, wenn sie herausfinden, dass du eine bist? fragte er. Bei diesen Gedanken weigerten sich ihre Beine sie zu tragen und sie brach zitternd zusammen umklammerte Conans Knie und vermischte unzusammenhängende Bitten um Schutz und Gnade mit kläglichen Beteuerungen ihrer Unschuld an jeder bösen Absicht. Es war eine lebhafte Abwechslung zu ihrer Pose als alte Prinzessin aber nicht überraschend. Die Angst, die sie damals beflügelt hatte, wurde ihr jetzt zum Verhängnis. Wo ist Zarkheba? fragte er. Hör auf zu jammern, verdammt noch mal, und antworte mir. Außerhalb des Palastes, wimmerte sie, und hält Ausschau nach den Priestern. Wie viele Männer sind bei ihm? Keine. Wir sind allein gekommen. Ah! Es klang wie das zufriedene Grunzen eines jagenden Löwen. Ihr müsst Kishia ein paar Stunden nach mir verlassen haben. Habt ihr die Klippen erklommen? Sie schüttelte den Kopf, zu erstickt von Tränen, um verständlich zu sprechen. Mit einer ungeduldigen Verwünschung packte er ihre schlanken Schultern und schüttelte sie, bis sie nach Atem rang. Hör auf zu Flennen und antworte mir. Wie bist du in das Tal gekommen? Zakeba kannte den geheimen Weg, keuchte sie. Der Priester Quarunga hat es ihm gesagt und Tut Mekri. Auf der Südseite des Tals gibt es einen breiten Teich, der am Fuße der Felsen liegt. Unter der Wasseroberfläche befindet sich ein Höhlen Schlund, der für den flüchtigen Blick nicht sichtbar ist. Wir tauchten unter die Wasseroberfläche und betraten sie. Die Höhle steigt schnell aus dem Wasser auf und führt durch die Felsen. Die Öffnung auf der Talseite ist durch dichtes Gestrüpp versteckt. Ich habe die Klippen auf der Ostseite erklammen, murmelte er. Und was dann? Wir kamen zum Palast und Zakeba versteckte mich zwischen den Bäumen, während er nach der Kammer des Orakels suchte. Ich glaube, er vertraute Quarunga nicht ganz. Während er weg war, glaubte ich, einen Gongschlag zu hören, aber ich war mir nicht sicher. Bald darauf kam Zakeba, nahm mich mit in den Palast und brachte mich in diese Kammer, wo die Göttin Jelaja auf dem Podest lag. Er zog die Leiche aus und bekleidete mich mit den Gewändern und dem Schmuck. Dann ging er hinaus, um die Leiche zu verstecken und nach den Priestern Ausschau zu halten. Ich hatte Angst. Als du hereinkamst, wollte ich aufspringen und dich bitten, mich von diesem Ort vorzubringen, aber ich fürchtete mich vor Zakeba. Als du entdeckt hast, dass ich lebe, dachte ich, ich könnte dich verscheuchen. Was wolltest du als Orakel sagen? fragte er. Ich sollte den Priestern befehlen, die Zähne von Qualur zu nehmen und einige davon Tutmekri als Pfand zu geben, wie er es wünschte und den Rest in den Palast von Kishia drohte, wenn sie Tutmekris Vorschlag nicht zustimmen und ach ja, ich sollte ihnen sagen, dass du sofort bei lebendigem Leib gehäutet werden würdest. Tutmekri wollte den Schatz dort haben, wo er oder die Zembappwei leicht an ihn herankommen konnten, murmelte Conan, ohne auf die Bemerkung zu achten. Ich werde ihm noch die Leber zerstückeln. Gerulger ist natürlich an diesem Schwindel beteiligt. Nein, er glaubt an seine Götter und ist unbestechlich. Er weiß nichts von dieser Sache. Er wird dem Orakel gehorchen. Das war alles Tutmekris Plan. Da er wusste, dass die Kishani das Orakel konsultieren würden, ließ er Zakeba mich mit der Botschaft aus Zimbabwe bringen, streng verschleiert und abgeschirmt. Ich will verdammt sein, murmelte Conan. Ein Orakel glaubt und sich nicht bestechen lässt. Krom, ich frage mich, ob es Zakeba war, der den Gong schlug. Wusste er, dass ich hier bin, könnte er von dieser schäbigen Platte gewusst haben. Wo ist er jetzt, Mädchen? Er versteckt sich in einem Dickicht von Lotusbäumen in der Nähe der alten Allee, die von der Südwand der Klippe zum Palast führt, antwortete sie. Dann erneuerte sie ihr Flehen. O Conan, habe Erbarmen mit mir. Ich habe Angst vor diesem bösen alten Ort. Ich weiß, dass ich heimliche Schritte um mich herum gehört habe. O Conan, nimm mich mit dir fort. Zakeba wird mich töten, wenn ich seine Aufgabe hier erfüllt habe. Ich weiß es. Auch die Priester werden mich töten, wenn sie meinen Betrug entdecken. Er ist ein Teufel. Er hat mich von einem Sklavenhändler gekauft, der mich aus einer Karawane entführt hat, die durch das südliche Kott zog und hat mich seither zum Werkzeug seiner Intrigen gemacht. Nimm mich von ihm weg. Du kannst nicht so grausam sein wie er. Lass mich hier nicht sterben. Bitte, bitte. Sie lag auf den Knien und klammerte sich hysterisch an Conan, ihr wunderschönes Tränen überströmtes Gesicht zu ihm gewandt, ihr dunkles, seidenes Haar floss in Unordnung über ihre weißen Schultern. Conan hob sie auf und setzte sie auf sein Knie. Hör mir zu. Ich werde dich vor Zack Heber beschützen. Die Priester sollen nichts von deiner Untreue erfahren. Aber du musst tun, was ich dir sage. Sie zögerte mit dem Versprechen des ausdrücklichen Gehorsams und umklammerte seinen sehnigen Hals, als suche sie die Sicherheit der Berührung. Gut, wenn die Priester kommen, wirst du die Rolle der Jelaja spielen, wie Zack Heber es geplant hat. Es wird dunkel sein und im Fackelschein werden sie den Unterschied nicht bemerken. Aber du wirst Folgendes zu ihnen sagen. Es ist der Wille der Götter, dass der Stygia und seine chemitischen Hunde aus Kishan vertrieben werden. Sie sind Diebe und Verräter, die die Götter berauben wollen. Die Zähne von Gvalur sollen in die Obhut des Generals Conan gegeben werden. Er soll die Armeen von Kishan anführen. Er ist von den Göttern geliebt. Sie zitterte mit einem Ausdruck der Verzweiflung, willigte aber ein. Aber Zakeba, rief sie, er wird mich umbringen. Mach dir keine Sorgen um Zakeba, grunzte er. Ich werde mich um den Hund kümmern. Du tust, was ich sage. Hier, richte dein Haar wieder auf. Es ist dir über die Schulter gefallen und der Edelstein ist herausgefallen. Er setzte den großen leuchtenden Edelstein selbst wieder ein und nickte zustimmen. Er ist allein schon einen Raum voller Sklaven wert. Hier, zieh deinen Rock wieder an. Er ist an der Seite zerrissen, aber die Priester werden es nicht bemerken. Wisch dir das Gesicht ab. Eine Göttin weint nicht, wie ein geprügeltes Schulmädchen. Bei Krom du siehst aus wie Jelaya, mit Gesicht, Haaren, Figur und allem. Wenn du den Priestern gegenüber so gut die Göttin spielst, wie mir gegenüber, wirst du sie leicht täuschen können. Ich werde es versuchen, zitterte sie. Gut, ich werde Zakeba suchen. Daraufhin wurde sie wieder panisch. Nein, lass mich nicht allein, an diesem Ort spukt es. Hier gibt es nichts, was dir schaden könnte, versicherte er ihr ungeduldig. Nichts außer Zakeba und ich werde nach ihm sehen. Ich werde bald zurück sein. Ich werde aus der Nähe zusehen, falls während der Zeremonie etwas schief geht. Aber wenn du deine Rolle richtig spielst, wird nichts schief gehen. Er drehte sich um und verließ eilig die Orakelkammer. Hinter ihm jammerte Muriela, erbärmlich über sein Gehen. Die Dämmerung war hereingebrochen. Die großen Räume und Säle waren schattenhaft und undeutlich. Kupferfriese schimmerten matt durch die Dämmerung. Conan schritt wie ein stummes Gespenst durch die großen Säle, mit dem Gefühl, von unsichtbaren Geistern der Vergangenheit aus den schattigen Nischen angestarrt zu werden. Kein Wunder, dass das Mädchen in einer solchen Umgebung ängstlich war. Er glitt die Marmorstufen hinunter wie ein schleichender Panther, das Schwert in der Hand. Über dem Tal herrschte Stille und über dem Rand der Klippen blinkten die Sterne auf. Wenn die Priester von Kishia das Tal betreten hatten, gab es keinen Laut, keine Bewegung im Grün, die sie verraten hätte. Er erkannte die uralte, gepflasterte Allee, die in Richtung Süden verlief und sich in einem Gewirr von Wedeln und dickblättrigen Sträuchern verlor. Er folgte ihr vorsichtig und hielt sich am Rande des Pflasters, wo die Sträucher ihre Schatten dicht an dicht warfen, bis er vor sich in der Dämmerung eine Gruppe von Lotusbäumen sah, ein seltsames Gewächs, das den schwarzen Ländern von Kusch eigen war. Dort sollte Zakeba nach Ansicht des Mädchens lauern. Conan wurde zur Heimlichkeit in Person. Wie ein Schatten mit Samtfüßen verschwand er im Dickicht. Er näherte sich dem Lotushain auf einem Umweg und kaum das Rascheln eines Blattes verkündete sein Vorübergehen. Am Rande der Bäume blieb er plötzlich stehen und kauerte wie ein misstrauischer Panther zwischen den tiefen Sträuchern. Vor ihm zwischen den dichten Blättern zeichnete sich ein fahles Oval ab, das in dem unsicheren Licht verschwamm. Es hätte eine der großen weißen Blüten sein können, die dicht zwischen den Ästen leuchteten. Aber Conan wusste, dass es das Gesicht eines Mannes war. Und es war ihm zugewandt. Schnell schob er sich tiefer in den Schatten. Hatte Zakeba ihn gesehen? Der Mann auf ihn zu. Sekunden vergingen. Das schemenhafte Gesicht hatte sich nicht bewegt. Conan konnte das dunkle Büschel unterhalb des kurzen schwarzen Bartes sehen. Und plötzlich wurde Conan etwas Unnatürliches bewusst. Zakeba, das wusste er, war kein großer Mann. Aufrechtstehend würde sein Kopf kaum die Schultern des Chimerias überragen. Und doch war dieses Gesicht auf einer Höhe mit Conans eigenem. Stand der Mann auf etwas? Conan beugte sich vor und blickte auf den Boden unter der Stelle, an der das Gesicht zu sehen war, aber seine Sicht war durch das Unterholz und die dicken Baumstämme versperrt. Aber er sah noch etwas anderes und er erstarrte. Durch einen Spalt im Gestrüpp sah er den Stamm des Baumes unter dem Zakeba zu stehen schien. Das Gesicht befand sich in direkter Linie zu diesem Baum. Er hätte unter diesem Gesicht nicht den Baumstamm, sondern Zakebas Körper sehen müssen. Aber da war kein Körper. Plötzlich angespannter als ein Tiger, der sich an seine Beute heranpirscht, glitt Conan tiefer in das Dickicht und einen Moment später zog er einen belaubten Ast beiseite und starrte auf das Gesicht, das sich nicht bewegt hatte. Es würde sich auch nie wieder von selbst bewegen. Er blickte auf Zakebas abgetrennten Kopf, der an seinen eigenen langen schwarzen Haaren am Ast des Baumes hing. Kapitel 3 Die Rückkehr des Orakels Conan drehte sich geschmeidig um und suchte die Schatten mit einem wütenden Blick ab. Von der Leiche des Ermordeten war keine Spur zu sehen. Nur dort drüben war das hohe saftige Gras zertrampelt und niedergeschlagen und die Grasnarbe war dunkel und nass getupft. Conan atmete kaum noch, als er seine Ohren in die Stille spitzte. Die Bäume und Sträucher mit ihren großen, fahlen Blüten standen dunkel, still und unheimlich in der sich vertiefenden Dämmerung. Primitive Ängste flüsterten in Konans Hinterkopf. War dies das Werk der Priester von Kishan? Und wenn ja, wo waren sie? War es doch Zakeba, der den Gong geschlagen hatte? Wieder kam die Erinnerung an Bidjakin und seine geheimnisvollen Diener auf. Bidjakin war tot, zu einem Klotz aus faltigem Leder geschrumpft und in seiner ausgehüllten Kruft eingeschlossen, um auf ewig die aufgehende Sonne zu begrüßen. Aber von den Dienern Bidjakins fehlte jede Spur. Es gab keinen Beweis dafür, dass sie das Tal jemals verlassen hatten. Konan dachte an das Mädchen Muriela, allein und unbewacht in dem großen schattenhaften Palast. Er drehte sich um und rannte die schattige Allee hinunter und er rannte wie ein misstrauischer Panther rennt, der sogar in vollem Lauf bereit ist, nach links oder rechts zu wirbeln und Todesstöße auszuführen. Der Palast zeichnete sich durch die Bäume ab und er sah noch etwas anderes. Den Feuerschein, der sich rot auf dem polierten Marmor spiegelte. Er verschmolz mit den Büschen, die die aufgebrochene Straße säumten, glitt durch den dichten Bewuchs und erreichte den Rand des offenen Platzes vor dem Säulengang. Stimmen drangen zu ihm durch, Fackeln wippten und ihr Schein leuchtete auf glänzenden Ebenholzschultern. Die Priester von Kishan waren gekommen. Sie waren nicht die breite, überwucherte Allee hinaufgestiegen, wie Zakeba es erwartet hatte. Offensichtlich gab es mehr als einen geheimen Weg in das Tal von Alkmenon. Sie stiegen die breiten Marmorstufen hinauf und hielten ihre Fackeln hoch. Er sah Gurulga an der Spitze der Parade ein aus Kupfer gemeißeltes Profil, das sich im Schein der Fackeln abzeichnete. Die anderen waren Akulyten, riesige schwarze Männer, auf deren Häuten die Fackeln leuchteten. Am Ende der Prozession pirschte sich ein riesiger Schwarzer mit einem ungewöhnlich bösen Gesichtsausdruck an, bei dessen Anblick Conan die Stirn runzelte. Das war Quarunga, den Muriela als Mann bezeichnet hatte, der Zakeba das Geheimnis des Zugangs durch den Teich verraten hatte. Conan fragte sich, wie tief der Mann in die Intrigen der Stygia verstrickt war. Er eilte und umrundete den offenen Raum, um nicht in den Schatten zu geraten. Sie ließen niemanden zurück, um den Eingang zu bewachen. Die Fackeln strahlten unablässig den langen dunklen Gang hinunter. Noch bevor sie die doppelflüglige Tür am anderen Ende erreichten, hatte Conan die äußere Treppe erklommen und befand sich in der Halle hinter ihnen. Schnell schlich er an der von Säulen gesäumten Wand entlang und erreichte die große Tür, als sie den riesigen Thronsaal durchquerten, wobei ihre Fackeln die Schatten zurückdrängten. Sie drehten sich nicht um. Im Gänsemarsch mit wippenden Strausenfedern und Leopardenfellgewändern, die einen merkwürdigen Kontrast zu dem Marmor und den Arabesken des alten Palastes bildeten, durchquerten sie den weiten Raum und blieben vor der goldenen Tür links vom Thronsaal stehen. Gurulgas Stimme dröhnte unheimlich und hohl in dem großen leeren Raum, umrahmt von klangvollen Sätzen, die der lauernde Zuhörer nicht verstehen konnte. Dann stieß der hohe Priester die goldene Tür auf und trat ein, wobei er sich wiederholt von der Hüfte her verbeugte und hinter ihm sanken und stiegen die Fackeln auf und warfen Flammenflocken aus, Tür schloss sich hinter ihnen und versperrte Geräusche und Blicke den Weg und Conan huschte durch den Thronsaal in die Nische hinter dem Thron. Er machte weniger Geräusche als der Wind, der durch die Kammer wehte. Winzige Lichtstrahlen strömten durch die Öffnungen in der Wand, als er die Geheimtür aufhebelte. Er glitt in die Nische und spähte hindurch. Muriela saß aufrecht auf dem Podest, die Arme verschränkt, den Kopf an die Wand gelehnt, nur wenige Zentimeter von seinen Augen entfernt. Der zarte Duft ihres schaumigen Haares stieg ihm in die Nase. Natürlich konnte er ihr Gesicht nicht sehen, aber ihre Haltung war so, als blicke sie ruhig in die Weite des Raumes, über die kahl geschorenen Köpfe der schwarzen Riesen hinweg, die vor ihr knieten. Conan grinste anerkennend. Die kleine Hexe ist eine Schauspielerin, sagte er sich. Er wusste, dass sie vor Angst schlotterte, aber sie zeigte keine Anzeichen. Im unsicheren Flackern der Fackeln sah sie genauso aus wie die Göttin, die er auf dem selben Podest hatte liegen sehen, wenn man sich diese Göttin mit pulsierendem Leben vorstellen konnte. Gurulga dröhnte eine Art Gesang in einem Akzent, der Conan unbekannt war und bei dem es sich wahrscheinlich um eine Beschwörung in der alten Sprache von Agmenon handelte, die von Generation zu Generation von hohen Priestern weitergegeben wurde. Es schien endlos zu dauern. Conan wurde unruhig. Je länger die Sache dauerte, desto schrecklicher würde die Belastung für Muriela werden. Wenn sie zusammenbrach. Er zückte sein Schwert und seinen Durch. Er konnte nicht mit ansehen, wie die kleine Göre von schwarzen Männern gefoltert und erschlagen wurde. Aber der Gesang, tief, leise und unbeschreiblich bedrohlich, kam endlich zu einem Ende und ein lauter Beifall der Akkolyten markierte seinen Abschluss. Gurulga hob den Kopf und streckte die Arme in Richtung der stummen Gestalt auf dem Podium aus und rief mit dem tiefen, satten Klang, der das natürliche Attribut des Kishani-Priesters war. O große Göttin, Bewohnerin der großen Finsternis, lass dein Herz schmelzen, öffne deine Lippen für die Ohren deines Sklaven, dessen Kopf im Staub unter deinen Füßen liegt. Sprich, große Göttin des heiligen Tals, du kennst die Wege, die vor uns liegen, die Dunkelheit, die uns quält, ist für dich wie das Licht der Mittagssonne, wirf den Glanz deiner Weisheit auf die Wege deiner Diener. Sag uns, o Sprachrohr der Götter, was ist der Wille in Bezug auf, tut Megri dem Stygia. Die hoch aufgetürmte glänzende Haarmasse, die das Fackellicht in stumpfen Bronzeschimmer auffing, bebte leicht. Ein stürmischer Seufzer stieg von den Schwarzen auf, halb in Ehrfurcht, halb in Angst. Muriela Stimme drang in der atemlosen Stille deutlich an Konens Ohren und sie wirkte kalt, distanziert und eindringlich, auch wenn er sich über den korinthischen Akzent ärgerte. Es ist der Wille der Götter, dass der Stygia und seine chemitischen Hunde aus Kishan vertrieben werden. Sie wiederholte genau seine Worte. Sie sind Diebe und Verräter, die die Götter berauben wollen. Die Zähne von Gwalur sollen in die Obhut des Generals Konen gegeben werden. Er soll die Armeen von Kishan anführen. Er ist von den Göttern geliebt. Ihre Stimme zitterte, als sie endete, und Konen begann zu schwitzen, weil er glaubte, sie sei kurz vor einem hysterischen Zusammenbruch. Doch die Schwarzen bemerkten es nicht ebenso wenig, wie sie den korinthischen Akzent erkannten, von dem sie nichts wussten. Sie schlugen ihre Handflächen sanft aneinander, und ein Gemurmel der Verwunderung und des Erstaunens stieg in ihnen auf. Gurulgas Augen glitzerten fanatisch im Fackelschein. »Helaja hat gesprochen,« rief er mit erhabener Stimme. »Es ist der Wille der Götter. Vor langer Zeit in den Tagen unserer Vorfahren wurde sie auf Befehl der Götter, die sie bei der Geburt der Welt dem schrecklichen Rachen von Gvalur, dem König der Finsternis entrissen, verpönt und verborgen. Auf Geheiß der Götter wurden die Zähne Gvalurs verborgen und auf ihr Geheiß sollen sie wieder hervorgeholt werden. O Sternengeborene Göttin, erlaube uns, zum geheimen Versteck der Zähne zu gehen, um sie für den zu holen, den die Götter lieben. Ihr habt meine Erlaubnis zu gehen, antwortete die falsche Göttin mit einer gebieterischen Geste Geste der Entlassung, die Conan wieder zum Grinsen brachte und die Priester zogen sich zurück, wobei Straußenfedern und Fackeln im Rhythmus ihrer Kniebeugen auf- und abgingen. Die goldene Tür schloss sich und mit einem Stöhnen ließ sich die Göttin schlaff auf das Podium zurückfallen. Conan, wimmerte sie leise. Conan! Psst! zischte er durch die Öffnung, drehte sich um, glitt aus der Nische und schloss die Klappe. Ein Blick über den Türpfosten der geschnitzten Tür zeigte ihm die Fackeln, die sich im großen Thronsaal zurückzogen, aber gleichzeitig wurde er sich eines Glanzes bewusst, der nicht von den Fackeln ausging. Er war erschrocken, aber die Lösung des Rätsels war schnell gefunden. Ein früher Mond war aufgegangen und sein Licht fiel durch die durchbrochene Kuppel, die durch eine merkwürdige Konstruktion das Licht verstärkte. Die leuchtende Kuppel von Alcmenon war also keine Farbe. Vielleicht war ihr Inneres aus dem seltsamen weiß-flammenden Kristall, den man nur in den Hügeln der schwarzen Länder findet. Das Licht durchflutete den Thronsaal und rang in die unmittelbar angrenzenden Gemächer ein. Doch als Conan auf die Hohensaal führte, wurde er von einem Geräusch überrascht, das aus dem Gang zu kommen schien, der von der Nische abging. Er kauerte an der Mündung und starrte hinein, erinnerte sich an das Klirren des Gongs, der von dort aus ertönt war, um ihn in eine Falle zu locken. Das Licht aus der Kuppel drang nur ein wenig in den engen Korridor und zeigte ihm nur leeren Raum. Dennoch hätte er schwören können, dass er irgendwo dort unten das unheimliche Aufsetzen eines Fußes gehört hatte. Während er noch zögerte, wurde er durch den erstickten Schrei einer Frau hinter ihm aufgeschreckt. Er sprang durch die Tür hinter dem Thron und sah im kristallenen Licht ein unerwartetes Schauspiel. Die Fackeln der Priester waren aus der großen Halle draußen verschwunden, aber ein Priester war noch im Palast. Gwarunga. Er packte die verängstigte Muriela an der Kiele, erstickte ihre Versuche zu schreien und zu flehen und schüttelte sie brutal. Verräterin! Zwischen seinen dicken roten Lippen zischte seine Stimme wie eine Kobra. Welches Spiel spielst du? Hat dir Zakeba nicht gesagt, was du sagen sollst? Ja, Tutmekri hat es mir gesagt. Verrätst du deinen Herrn oder verrät er durch dich seine Freunde? Luder, ich werde dir deinen falschen Kopf abreißen, aber zuerst werde ich. Die schönen Augen seiner Gefangenen weiteten sich, als sie über seine Schulter starrte und den großen Schwarzen warnte. Er ließ sie los und drehte sich um, gerade als Conan Schwert zuschlug. Die Wucht des Hiebes schleuderte ihn mit dem Kopf nach hinten auf den Marmorboden, wo er zuckend liegen blieb und Blut aus einer klaffenden Wunde in seiner Kopfhaut sickerte. Conan machte sich auf den Weg zu ihm, um es zu Ende zu bringen, denn er wusste, dass die plötzliche Bewegung des Schwarzen dazu geführt hatte, dass die Klinge flach aufschlug, aber Muriela warf ihre Arme krampfhaft um ihn. Ich hab getan, was du befohlen hast, keuchte sie hysterisch. Bring mich fort, oh bitte, bring mich fort. Wir können noch nicht gehen, stöhnte er. Ich will den Priestern folgen und sehen, wo sie die Juwelen herbekommen. Vielleicht ist dort noch Meerbeute versteckt, aber du kannst mit mir gehen. Wo ist der Edelstein, den du in deinem Haar trägst? Er muss auf dem Podium herausgefallen sein, stammelte sie und tastete nach ihm. Ich hatte solche Angst. Als die Priester gingen, rannte ich hinaus, um dich zu suchen und dieser große Rüpel war zurückgeblieben und er packte mich. Dann hol es, während ich mich dieses Kadavers entledige. Befahl er, mach schon, dieser Edelstein ist selbst ein Vermögen wert. Sie zögerte, als wolle sie nicht in diese rätselhafte Kammer zurückkehren. Dann, als er Quarunga am Gürtel packte und ihn in die Nische zerrte, drehte sie sich um und betrat den Orakel Raum. Conan warf den besinnungslosen Schwarzen auf den Boden und hob sein Schwert. Der Chimeria war ein kopfloser Feind. Doch bevor er zuschlagen konnte, durchkreuzte ein gellender Schrei die gehobene Klinge. Er kam aus der Orakelkammer. Conan, Conan, sie ist zurückgekommen. Der Schrei endete in einem Glucksen und einem schabenden Schlurfen. Mit einem Fluch stürzte Conan aus der Nische über das Thron Podest und in die Orakelkammer, fast noch bevor das Geräusch verstummt war. Dort blieb er stehen und starrte verwirrt. Allem Anschein nach lag Muriela friedlich auf dem Podest, die Augen geschlossen, als ob sie schlummerte. Was um Himmels Willen machst du da? fragte er säuerlich. Ist das der richtige Zeitpunkt, um Witze zu machen? Seine Stimme verstummte. Sein Blick wanderte über die elfenbeinfarbenen Schenkel, die sich in dem eng anliegenden Seitenrock abzeichnen. Dieser Rock sollte vom Gürtel bis zum Saum klaffen. Er wusste es, denn es war seine eigene Hand gewesen, die ihn zerrissen hatte, als er das Kleidungsstück rücksichtslos vom sich windenden Körper der Tänzerin abstreifte. Aber der Rock wies keinen Riss auf. Ein einziger Schritt brachte ihn zum Podium und er legte seine Hand auf den elfenbeinernen Körper und riss ihn weg, als ob er auf heißes Eisen statt auf die kalte Unbeweglichkeit des Todes gestoßen wäre. Krom, murmelte er und seine Augen wurden plötzlich zu glühenden Schlitzen. Es ist nicht Muriela, es ist Jelaya. Jetzt verstand er den verzweifelten Schrei, der von Murielas Lippen gekommen war, als sie die Kammer betrat. Die Göttin war zurückgekehrt. Der Körper war von Zakeba entkleidet worden, um die Ausstattung für den Schwindel zu liefern. Doch jetzt war er in Seide und Juwelen gekleidet, wie Conan ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Ein merkwürdiges Kribbeln machte sich in den Haaren am Ansatz von Conans Kopfhaut bemerkbar. Muriela, rief er plötzlich, Muriela, wo zum Teufel bist du? Die Wände warfen seine Stimme spöttisch zurück. Es gab keinen Eingang, den er sehen konnte, außer der goldenen Tür, und niemand konnte ohne sein Wissen durch diese Tür ein- oder ausgetreten sein. So viel war unbestreitbar. Jelaya war in den wenigen Minuten, die verstrichen waren, seit Muriela den Saal verlassen hatte, um von Quarunga ergriffen zu werden, auf dem Podium abgelöst wurden. In seinen Ohren klang noch immer das Echo von Murielas Schrei, und doch hatte sich das korinthische Mädchen wie in Luft aufgelöst. Es gab nur eine Erklärung, wenn er die dunkleren Spekulationen, die auf das übernatürliche Hindeuten verwarf. Irgendwo in der Kammer gab es eine Geheimtür. Und noch während ihm der Gedanke durch den Kopf ging, sah er sie. In dem, was wie ein Vorhang aus massivem Marmor aussah, zeigte sich ein dünner, senkrechter Riss, und in dem Riss hing ein Fetzen Seide. In einem Augenblick beugte er sich darüber. Dieser Fetzen stammte von Murielas zerrissenem Rock. Die Andeutung war unmissverständlich. Er hatte sich an der sich schließenden Tür verfangen und war abgerissen worden, als sie von den grimmigen Wesen, die ihre Entführer waren, durch die Öffnung getragen wurde. Das Stück Kleidung hatte verhindert, dass die Tür perfekt in den Rahmen passte. Conan stieß seine Deutschspitze in den Spalt und übte mit einem angespannten Unterarm eine Hebelwirkung aus. Die Klinge verbog sich, aber sie war aus unzerbrechlichem akbitanischem Stahl. Die Marmortür öffnete sich. Conan hob sein Schwert und sperrte in den Spalt, doch er sah keine bedrohliche Gestalt. Das Licht, das in die Orakelkammer fiel, offenbarte eine kurze, aus Marmor gehauene Treppe. Er zog die Tür ganz zurück und rammte seinen Dolch in einen Spalt im Boden, um sie offen zu halten. Dann ging er ohne zu zögern die Stufen hinunter. Er sah nichts, hörte nichts. Ein Dutzend Stufen hinunter endete die Treppe in einem schmalen Gang, der geradewegs in die Dunkelheit führte. Plötzlich blieb er stehen, stellte sich wie eine Statue an den Fuß der Treppe und starrte auf die Bilder, die die Wände mit Fresken schmückten und die in dem schwachen Licht, das von oben herabfiel, halb sichtbar waren. Die Kunst war unverkennbar pelishtisch. Er hatte Fresken mit identischen Merkmalen an den Wänden von Asgalun gesehen. Aber die dargestellten Szenen hatten nichts mit Pelishti zu tun, abgesehen von einer menschlichen Figur, die immer wieder auftauchte. Ein hagerer, weißbärtiger alter Mann, dessen rassische Merkmale unverkennbar waren. Sie schienen verschiedene Bereiche des darüber liegenden Palastes darzustellen. Mehrere Szenen zeigten eine Kammer, die er als Orakelkammer erkannte, mit der Gestalt von Jelaja auf dem elfenbeinernen Podest und riesigen schwarzen Männern, die vor ihr knieten. Und dort, hinter der Wand, in der Nische, lauerte der alte Pelishti. Und da waren auch noch andere Gestalten, Gestalten, die sich durch den verlassenen Palast bewegten, die die Befehle der Pelishti ausführten und unbenennbare Dinge aus dem unterirdischen Fluss zogen. In den wenigen Sekunden, in denen Conan wie erstarrt dastand, flammten bisher unverständliche Sätze aus dem Pergamentmanuskript mit erschreckender Klarheit in seinem Gehirn auf. Die losen Teile des Puzzles fügten sich zu einem Ganzen zusammen. Das Geheimnis von Bityakin war kein Rätsel mehr, ebenso wenig wie das Rätsel von Bityakins Dienern. Conan drehte sich um und sperrte in die Dunkelheit. Ein eisiger Finger kroch über seinen Rücken. Dann ging er den Korridor entlang, auf Katzenfüßen und ohne zu zögern, immer tiefer in die Dunkelheit hinein, je weiter er sich von der Treppe entfernte. Die Luft hing schwer von dem Geruch, den er im Hof des Gongs gerochen hatte. Jetzt hörte er in der völligen Schwärze ein Geräusch vor sich. Das Schlurfen nackter Füße oder das Säuseln loser Kleidungsstücke auf dem Stein. Er konnte nicht sagen, was von beiden. Doch einen Augenblick später stieß seine ausgestreckte Hand auf ein Hindernis, das er als eine massive Tür aus geschnitztem Metall erkannte. Er stieß vergeblich dagegen und seine Schwertspitze suchte vergeblich nach einem Spalt. Sie fügte sich wie angegossen in die Schwelle und in die Türpfosten ein. Er strengte seine ganze Kraft an. Seine Füße drückten gegen den Boden, die Adern in seinen Schläfen krampften sich zusammen. Es war zwecklos. Eine Ladung Elefanten hätte dieses titanische Portal kaum erschüttert. Als er sich dort anlehnte, vernahm er auf der anderen Seite ein Geräusch, das seine Ohren sofort erkannten. Es war das Knachen von rostigem Eisen wie das Kratzen eines Hebels in einem Schlitz. Instinktiv folgte das Handeln dem Erkennen so spontan, dass Klang, Impuls und Handlung praktisch gleichzeitig erfolgten. Und als ihn ein gewaltiger Sprung nach hinten trug, stürzte eine große Masse von oben herab und ein donnerndes Krachen erfüllte den Tunnel mit ohrenbetäubenden Vibrationen. Umherfliegende Splitter trafen ihn. Ein riesiger Steinblock, das wusste er durch das Geräusch, fiel auf die Stelle, die er gerade verlassen hatte. Einen Augenblick langsamer gedacht oder gehandelt und er wäre wie eine Ameise zerquetscht worden. Conan wich zurück. Irgendwo auf der anderen Seite dieser Metalltür war Muriela gefangen, wenn sie noch lebte. Aber er konnte diese Tür nicht passieren und wenn er in dem Tunnel blieb, könnte ein weiterer Block fallen und er hätte vielleicht nicht so viel Glück. Es würde dem Mädchen nicht gut tun, wenn er zu einem purpurenen Brei zerquetscht würde. Er konnte seine Suche in dieser Richtung nicht fortsetzen. Er musste nach oben und nach einer anderen Möglichkeit suchen, sich zu nähern. Er drehte sich um und eilte zur Treppe, wobei er aufseufzte, als er ins vergleichsweise helle Licht trat. Als er den Fuß auf die erste Stufe setzte, wurde das Licht gelöscht und über ihm schlug die Marmortür mit einem schallenden Widerhalt zu. So etwas wie Panik ergriff den Chimeria, der in diesem Schwert und starrte mörderisch in die Dunkelheit hinter ihm, in Erwartung eines Ansturms von schauerlichen Angreifern. Aber im Tunnel war kein Geräusch und keine Bewegung zu hören. Glaubten die Männer jenseits der Tür, falls es Männer waren, dass er durch den Sturz des Steins von der Decke beseitigt wurde, der zweifellos durch eine Art Maschine ausgelöst worden war. Warum war dann die Tür über ihm geschlossen worden? Conan verzichtete auf Spekulationen und tastete sich die Treppe hinauf, wobei er bei jedem Schritt ein Messer in seinem Rücken spürte und sich danach sehnte, seine latente Panik in einem barbarischen Adalass zu ertränken. Er stieß gegen die obere Tür und fluchte innerlich, als er feststellte, dass sie seinen Bemühungen nicht nachgab. Als er dann mit der rechten Hand sein Schwert hob, um den Marmor zu bearbeiten, stieß er mit seiner tastenden Linken auf einen Metallbolzen, der offensichtlich beim Schließen der Tür hineingerutscht war. Im Handumdrehen hatte er diesen Bolzen gezogen und dann gab die Tür seinem Stoß nach. Er sprang in die Kammer wie eine schlitzäugige knurrende Inkarnation des Zorns, wild entschlossen, den Feind, der ihn verfolgte, in die Finger zu bekommen. Boden. Der Saal war leer, ebenso wie das Podium. Jelaya war wieder verschwunden. Rom, murmelte der Chimeria, lebt sie etwa noch? Verwirrt schritt er in den Thronsaal hinaus und trat dann, von einem plötzlichen Gedanken ergriffen, hinter den Thron und spähte in die Nische. Auf dem glatten Marmor, wo er den niedergeworfen hatte, war Blut zu sehen. Das war alles. Der schwarze Mann war so vollständig verschwunden wie Jelaya. Kapitel 4 Die Zähne von Qualur Fassungsloser Zorn verwirrte den Verstand von Conan dem Chimeria. So wenig, wie er wusste, wie er nach den Zähnen von Qualur suchen sollte, wusste er auch nicht, wie er nach Muriela suchen sollte. Nur ein Gedanke kam ihm in den Sinn. Den Priestern folgen. Vielleicht würde man ihm am Versteck des Schatzes einen Hinweis geben. Die Chance war gering, aber besser, als ziellos umher zu ihren. Als er durch die große schattige Halle eilte, die zum Säulengang führte, erwartete er fast, dass die lauernden Schatten hinter ihm mit reißenden Reißzähnen und Krallen lebendig werden würden. Doch nur das Klopfen seines eigenen, schnellen Herzens begleitete ihn in das Mondlicht, das den schimmernden Marmor trübte. Am Fuße der Breitenstufen sah er sich im hellen Mondlicht nach einem Anblick um, der ihm die Richtung zeigte, in die er gehen musste. Und er fand sie. Auf der Grasnape verstreute Blütenblätter verrieten, wo ein Arm oder ein Kleidungsstück gegen einem blütenbeladenen Zweig gestreift war. Gras war unter schweren Füßen niedergedrückt worden. Conan, der in seinen heimatlichen Bergen Wölfe verfolgt hatte, fand keine unüberwindlichen Schwierigkeiten der Spur der Kishani-Priester zu folgen. Sie führte vom Palast weg, durch Unmengen von exotisch duftenden Sträuchern, in denen große, blasse Blüten ihre schimmernden Blütenblätter ausbreiteten, durch grünes, verworchenes Gebüsch, das bei jeder Berührung Blüten abwarf, bis er schließlich zu einem großen Felsblock gelangte, der wie die Burg eines Titanen aus den Klippen ragte, und zwar an einer Stelle, die dem Palast am nächsten lag, der jedoch durch von Reben umrangte Bäume fast nicht zu sehen war. Offensichtlich hatte sich der plappernde Priester in Kishia geirrt, als er sagte, die Zähne seien im Palast versteckt. Diese Spur hatte ihn von dem Ort weggeführt, an dem Muriela verschwunden war. Aber in Conan wuchs die Überzeugung, dass jeder Teil des Tals samt schwarzen Schatten der Büsche kauernd betrachtete er den großen Fels Vorsprung, der sich im Mondlicht deutlich abhob. Er war mit seltsamen, grotesken Schnitzereien bedeckt, die Menschen, Tiere und halbbestialische Kreaturen darstellten, die Götter oder Teufel hätten sein können. Der Kunststil unterschied sich so auffallend von dem Übrigen des Tals, dass Conan sich fragte, ob es nicht eine andere Epoche und ein anderes Volk darstellte und selbst ein Relikt eines verlorenen und vergessenen Zeitalters war, zu welchem unermesslich fernen Zeitpunkt auch immer das Volk von Alkmenon das verwunschene Tal gefunden und betreten hatte. Eine große Tür stand in der steilen Felswand offen und um sie herum war ein riesiger Drachenkopf eingemeißelt, sodass die offene Tür wie das klaffende Maul des Drachens aussah. Die Tür selbst war aus behauender Bronze und schien mehrere Tonnen zu wiegen. Es gab kein Schloss, das er sehen konnte, aber eine Reihe von Riegeln, die entlang der Kante des massiven Portals zu sehen waren, als es offen stand, sagten ihm, dass es ein System zum Fähr- und Entriegeln gab, ein System, das zweifellos nur den Priestern von Kishan bekannt war. Die Spur zeigte, dass Gorulga und seine Schergen durch diese Tür gegangen waren. Doch Conan zögerte. Zu warten, bis sie wieder auftauchten, würde wahrscheinlich bedeuten, dass er die Tür vor sich verschlossen sehen würde und er wäre vielleicht nicht in der Lage, das Geheimnis der Entriegelung zu lösen. Andererseits könnten sie, wenn er ihnen folgte, auftauchen und ihn in der Höhle einsperren. Er schlug die Vorsicht in den Wind und glitt durch das große Portal. Irgendwo in der Höhle befanden sich die Priester, die Zähne von Gvalur und vielleicht ein Hinweis auf das Schicksal von Muriela. Die Gefahr hatte ihn noch nie von einem Vorhaben abgehalten. Das Mondlicht erhellte den breiten Tunnel, in dem er sich befand für einige Meter. Irgendwo vor ihm sah er einen schwachen Lichtschein und hörte das Echo eines seltsamen Gesangs. Die Priester waren nicht so weit vor ihm, wie er gedacht hatte. Der Tunnel mündete in einen weiten Raum, bevor sich das Mondlicht ausbreitete, eine leere Höhle ohne große Ausmaße, aber mit einer hohen gewölbten Decke, die mit einer phosphoriszierenden Verkrustung glühte, die, wie Conan wusste, in diesem Teil der Welt ein übliches Phänomen war. Es warf fantastisches Halbdunkel aus, in dem er ein bestialisches Abbild auf einem Schrein hocken sah und die schwarzen Mündungen von sechs oder sieben Tunneln, die von der Kammer abgingen. Im breitesten dieser Gänge demjenigen, der direkt hinter dem hockenden Bildnis lag und auf die äußere Öffnung gerichtet war, sah er den Schimmer von Fackeln, die schwankten, während der phosphoriszierende Schein unbeweglich war und hörte, wie der Gesang an Lautstärke zunahm. Er ging achtlos hinunter und blickte bald in eine größere Höhle als die, die er gerade verlassen hatte. Hier gab es keinen Phosphor, aber das Licht der Fackeln fiel auf einen größeren Altar und einen noch obszöneren und abstoßenderen Gott, der wie eine Kröte auf ihm hockte. Vor dieser widerwärtigen Gottheit knieten Gorulga und seine zehn Gefolgsleute und schlugen ihre Köpfe auf dem Boden, während sie monoton sangen. Conan wurde klar, warum sie nur so langsam vorankamen. Offensichtlich war es ein kompliziertes und aufwendiges Ritual, sich der geheimen Krypta der Zähne zu nähern. Er zappelte in nervöser Ungeduld, bevor die Gesänge und Verbeugungen zu Ende waren, aber bald erhoben sie sich und betraten den Tunnel, der sich hinter dem Götzenbild öffnete. Ihre Fackeln leuchteten in das nächtliche Gewölbe und erfolgte ihnen rasch. Es bestand keine große Gefahr, entdeckt zu werden. Er glitt durch die Schatten wie ein Geschöpf der Nacht und die schwarzen Priester waren ganz in ihr zeremonielles Mummenspiel vertieft. Offenbar hatten sie nicht einmal die Abwesenheit von Quarunga bemerkt. Sie traten in eine Höhle von gewaltigen Ausmaßen ein, um deren nach oben gewölbte Wände sich Vorsprünge reiten und begannen ihre Anbetung von Neuem vor einem Altar, der größer und ein Gott war, der widerlicher war als alle anderen, denen sie bisher begegnet waren. Conan kauerte in der schwarzen Mündung des Tunnels und starrte auf die Wände, die den grellen Schein der Fackeln reflektierten. Er sah eine gemeißelte Steintreppe, die sich von Stufe zu Stufe zu den Galerien hinaufwand. Das Dach war in der Dunkelheit verschwunden. Er schreckte auf und die Gesänge brachen ab, als die knienden Schwarzen ihre Köpfe hochwarfen. Eine unmenschliche Stimme dröhnte hoch über ihnen. Sie erstarrten auf ihren Knien, ihre Gesichter waren im plötzlichen Schein eines seltsamen Lichts, das in der Nähe des hohen Daches blendend aufblitzte und dann mit einem pochenden Schein brannte, mit einem grausigen Blauton nach oben gerichtet. Dieser Schein erhellte eine Galerie und ein Schrei erhob sich vom Hohepriester, der von seinen Gefolgsleuten mit Schaudern aufgenommen wurde. In dem Blitz hatte sich ihnen kurz eine schlanke weiße Gestalt offenbart, die aufrecht stand, in einem Glanz von Seide und einem Schimmer von Juwelen besetztem Gold. Dann verglühte das Leuchten zu einer pochenden, pulsierenden Helligkeit, in der nichts mehr zu erkennen war und die schlanke Gestalt war nur noch ein schimmernder Fleck aus Elfenbein. Jelaja, schrie Gurulga, seine braunen Züge waren Aschfall. Warum bist du uns gefolgt? Was ist dein Begehr? Diese seltsame, unmenschliche Stimme kam vom Dach herab und halte unter dem Gewölbe wieder, der sich bis zur Unkenntlichkeit vergrößerte und veränderte. Wehe den Ungläubigen, wehe den falschen Kindern von Kishia, wehe denen, die ihre Gottheit verleugnen. Ein Schrei des Entsetzens ging von den Priestern aus. Gurulga sah im Schein der Fackeln wie ein schockierter Geier aus. Ich verstehe nicht, stammelte er. Wir sind gläubig, in der Kammer des Orakels hast du uns gesagt, hört nicht auf das, was ihr in der Kammer des Orakels gehört habt, ertönte die furchtbare Stimme, die sich vervielfachte, bis es war, als ob unzählige Stimmen dieselbe Warnung murmelten. Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Göttern. Ein Dämon in meiner Gestalt hat im Palast zu dir gesprochen und dir falsche Prophezeiungen gemacht. Hört zu und gehorcht, denn nur ich bin die wahre Göttin und ich gebe euch eine Chance, euch vor dem Untergang zu retten. Nehmt die Zähne von Gvalur aus der Krypta, wo sie vor so langer Zeit aufbewahrt wurden. Algmenon ist nicht mehr heilig, denn es wurde von Gottes Lästerern entweiht. Gebt die Zähne von Gvalur in die Hände von Tut Mekri, dem Stügier, damit er sie im Heiligtum von Dagon und der Keto aufstellt. Nur dies kann Keschan vor dem Verhängnis bewahren, das die Dämonen der Nacht geplant haben. Nimm die Zähne von Gvalur und geh, kehre sofort nach Keschia zurück, gib dort Tut Mekri die Juwelen, ergreife den fremden Teufel Conan und heute ihn bei lebendigem Leib auf dem großen Platz. Ohne zu zögern wurde gehorcht. Zitternd vor Angst erhoben sich die Priester und rannten zu der Tür, die sich hinter dem bestialischen Gott öffnete. Gurulga führte die Flucht an. Sie drängten sich kurz in der Tür und schrien auf, als die wildflackernden Fackeln, die sich ihr windenden schwarzen Körper berührten. Sie stürzten hindurch und das Getrappel ihrer eiligen Füße verhallte im Tunnel. Conan folgte ihnen nicht. Er war von einem rasenden Verlangen besessen, die Wahrheit über diese fantastische Angelegenheit zu erfahren. War das wirklich Jelaya, wie ihm der kalte Schweiß auf seinen Handrücken verriet, oder war es dieses kleine Luda Muriela, das nun doch zur Verräterin geworden war? Wenn es das war! Noch bevor die letzte Fackel in dem schwarzen Tunnel verschwunden war, sprang er rachsüchtig die Steintreppe hinauf. Der blaue Schein erlosch, aber er konnte immer noch erkennen, dass die elfenbeinerne Gestalt regungslos auf der Galerie stand. Ihm lief das Blut in den Adern, als er sich ihr näherte, aber er zögerte nicht. Er trat mit erhobenem Schwert vor und überragte die unergründliche Gestalt wie eine Todesdrohung. Ilaya, knurrte er, so tot, wie sie schon seit tausend Jahren ist. Aus dem dunklen Schlund eines Tunnels hinter ihm stürzte sich eine dunkle Gestalt. Doch das plötzliche, tödliche Rascheln der unbeschuten Füße hatten die schnellen Ohren des Chimeries erreicht. Er wirbelte herum wie eine Katze und wich dem Schlag aus, der mörderisch auf seinen Rücken zielte. Als der glänzende Stahl in der dunklen Hand an ihm vorbeizischte, schlug er mit der Wut einer erregten Python zurück und die lange, gerade Klinge spießte seinen Angreifer auf und ragte anderthalb Meter zwischen seinen Schultern hervor. So, Conan riss sein Schwert los, als das Opfer keuchend und gurgelnd zu Boden sackte. Der Mann wandte sich kurz und erstarrte. Im schwindenden Licht sah Conan einen schwarzen Körper und ein ebonisches Antlitz, das im blauen Schein abscheulich wirkte. Er hatte Quarunga getötet. Conan wandte sich von dem Leichnam der Göttin zu. Riemen um ihre Knie und ihre Brust hielten sie aufrecht an einer Steinsäule und ihr dichtes Haar, das an der Säule befestigt war, hielt ihren Kopf hoch. Auf ein paar Meter Entfernung waren diese Fessel in dem unsicheren Licht nicht zu erkennen. Er muss zu sich gekommen sein, nachdem ich in den Tunnel hinabgestiegen war, murmelte Conan. Er muss geart haben, dass ich da unten bin. Also zog er den Dolch heraus. Conan bückte sich und riss die gleiche Waffe aus den erstarrten Fingern, betrachtete sie und steckte sie in seinen eigenen Gürtel und schloss die Tür. Dann hat er Jelaja mitgenommen, um seine dummen Brüder zu täuschen. Das war er, der vor einer Weile geschrien hat. Man konnte seine Stimme nicht erkennen. Unter diesem hallenden Dach und diese explodierende blaue Flamme kam mir bekannt vor. Das ist ein Trick der stygischen Priester. Tutmekri muss etwas davon an Quarunga weitergegeben haben. Der Mann konnte diese Höhle leicht vor seinen Begleitern erreicht haben. Offensichtlich kannte er den Plan der Höhlen vom Hören sagen und von Karten, die im Priesterhandwerk überliefert worden waren. Er war nach den anderen in die Höhle eingedrungen, hatte die Göttin getragen, war einen Umweg durch die Tunnel und Kammern gefolgt und hatte sich mit seiner Last auf dem Balkon niedergelassen, während Gurulga und die anderen Akulyten mit ihren endlosen Ritualen beschäftigt waren. Der blaue Schein war verblasst, aber jetzt nahm Conan ein anderes Leuchten wahr, das von der Mündung eines der Gänge ausging, die sich auf dem Felsvorsprung öffneten. Irgendwo in diesem Korridor befand sich ein weiteres Phosphorfeld, denn er erkannte das schwache, gleichmäßige Strahlen. Der Gang führte in die Richtung, die die Priester eingeschlagen hatten und er beschloss ihm zu folgen, anstatt in die Dunkelheit der großen Höhle darunter hinab zu steigen. Zweifellos führte er zu einer anderen Galerie in einer anderen Kammer, die das Ziel der Priester sein könnte. Er eilte hinunter, wobei die Beleuchtung immer stärker wurde, bis er den Boden und die Wände des Tunnels erkennen konnte. Vor ihm und unter ihm konnte er die Priester wieder singen hören. Plötzlich leuchtete eine Tür in der linken Wand im Phosphorlicht auf und er hörte ein leises hysterisches Schluchzen. Er drehte sich um und blickte durch die Tür. Er blickte wieder in wie die anderen. Das gewölbte Dach glänzte im Phosphorlicht und die Wände waren fast mit Arabesken aus geschlagenem Gold bedeckt. An der gegenüberliegenden Wand saß auf einem Thron aus Granit der monströse und obszöne Pteor, der Gott der Pelishti aus Messing gearbeitet, dessen übertriebene Attribute die Grobheit seines Kultes widerspiegelten. In seinem Schoß lag eine schlaffe weiße Gestalt. Ich will verdammt sein, murmelte Conan. Er blickte sich misstrauisch in der Kammer um, sah aber keinen anderen Eingang oder Anzeichen für eine menschliche Anwesenheit, trat dann lautlos vor und blickte auf das Mädchen hinab, dessen schlanke Schultern von jämmerlichen Schluchzern bebten, ihr Gesicht war in die Arme gesunken. Von dicken Goldbändern an den Armen des Idols liefen schlanke Goldketten zu kleinen Bändern an ihren Handgelenken. Er legte eine Hand auf ihre nackte Schulter und sie zuckte zusammen, schrie auf und drehte ihm ihr Tränen überströmtes Gesicht zu. Conan! Sie bemühte sich krampfhaft in den üblichen Klammergriff zu gehen, aber die Ketten hinderten sie daran. Er schnitt das weiche Gold so nah an ihren Handgelenken durch, wie er konnte und stöhnte, du wirst diese Armbänder tragen müssen, bis ich einen Meißel oder eine Pfeile auftreiben kann. Lass mich los, verdammt nochmal! Ihr Schauspielerinnen seid so verdammt emotional! Was ist eigentlich mit dir passiert? Als ich zurück in die Orakelkammer ging, wimmerte sie, sah ich die Göttin auf dem Podest liegen, so wie ich sie zuerst gesehen hatte? Ich rief nach dir und wollte zur Tür rennen, da packte mich etwas von hinten. Es legte mir eine Hand eine Öffnung in der Wand einige Stufen hinunter und einen dunklen Gang entlang. Ich sah nicht, was es war, das mich festhielt, bis wir durch eine große Metalltür gingen und in einen Tunnel kamen, dessen Decke wie diese Kammer in Flammen stand. Euch wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ich das sah. Das sind keine Menschen. Es sind graue, haarige Teufel, die schienen zu warten und einmal glaubte ich zu hören, wie jemand an der Tür rüttelte. Dann zog eines der Dinger einen Metallhebel in der Wand und etwas krachte auf der anderen Seite der Tür. Dann trugen sie mich weiter und weiter durch gewundene Tunnel und über Steintreppen in diese Kammer, wo sie mich an die Knie des abscheulichen Götzen ketteten und dann gingen sie weg o Conan was sind sie Diener von Bediakin grunzte er. Ich fand ein Manuskript das mir einiges erzählte und stieß dann auf einige Fresken die mir den Rest erzählten. Bediakin war ein Pelishti der mit seinen Dienern in das Tal gewandert war nachdem das Volk von Alkmenon es verlassen hatte. Er fand die Leiche der Prinzessin Jelaja und entdeckte dass die Priester von Zeit zu Zeit zurückkehrten um ihr Opfer Gaben zu bringen denn schon damals wurde sie wie eine Göttin verheert er machte aus ihr ein Orakel und er war die Stimme des Orakels die aus einer Nische sprach die er in die Wand hinter dem Elfenbein Protest geschnitten hatte die Priester ahnten nichts sahen weder ihn noch seine Diener denn lebte und starb hier ohne jemals von den Priestern entdeckt zu werden Krom weiß wie lange er hier wohnte aber es müssen Jahrhunderte gewesen sein die Weisen der Pelishti wissen wie sie ihre Lebensspanne um hunderte von Jahren verlängern können ich habe selbst einige von ihnen gesehen warum er hier alleine lebte und warum er die Rolle des Orakels spielte kann keiner maler Mensch erraten aber ich glaube die Rolle des Orakels bestand darin die Stadt unantastbar und heilig zu halten damit er ungestört bleiben konnte er aß das Essen das die Priester als Opfergabe für Jelaja brachten und seine Diener aßen andere Dinge ich habe immer gewusst dass es einen unterirdischen Fluss gibt der vom See weg fließt in den die Menschen im puntischen Hochland ihre Toten werfen dieser Fluss fließt unter diesem Palast sie haben Leitern über dem Wasser aufgehängt an denen sie hängen und die Leichen fischen können die hindurch schwimmen Bidjakin hat alles auf Pergament und bemalten Wänden festgehalten aber er starb schließlich und seine Diener mumifizierten ihn nach den Anweisungen die er ihnen vor seinem Tod gab und steckten ihn in eine Höhle in den Klippen der Rest ist leicht zu erraten seine Diener die noch fast unsterblicher waren als er wohnten weiterhin hier aber als das nächste Mal ein hohe Priester kam um das Orakel zu befragen rissen sie ihn in Stücke weil sie keinen Herrn hatten der sie zurück hielt seitdem bis zu Gurulgas auftauchen kam niemand mehr um mit dem Orakel zu sprechen es ist offensichtlich dass haben wie sie es bei Bityakin gesehen hatten zweifellos gibt es irgendwo eine versiegelte kammer in der die seiden stoffe vor dem verfall bewahrt werden sie kleideten die göttin ein und brachten sie zurück in den Orakel raum nachdem Zakeba sie gestohlen hatte und ach ja sie schlugen Zakeba den Kopf ab und hängten ihn in einem Gebüsch auf sie zitterte atmete aber gleichzeitig erleichtert auf er wird mich nie wieder auspeitschen nicht diesseits der Hölle stimmte Conan zu aber komm schon Quarunga hat meine Chance mit seiner gestohlenen Göttin zunichte gemacht ich werde den Priestern folgen und meine Chance nutzen ihnen die Beute zu stehlen wenn sie sie haben und du bleibst in meiner Nähe ich kann nicht meine ganze Zeit damit verbringen nach dir zu suchen aber die Diener von Bityakin flüsterte sie ängstlich wir müssen das Risiko eingehen grunzte er ich weiß nicht was in ihren Köpfen vorgeht aber bisher haben sie noch keine Bereitschaft gezeigt offen zu kämpfen komm mit er nahm ihr Handgelenk und führte sie aus der Kammer und den Korridor entlang als sie weiter gingen hörten sie die Gesänge der Priester und das leise dumpfe Rauschen des Wassers das sich mit dem Klang vermischte das Licht wurde über ihnen stärker als sie auf einer hohen Galerie einer großen Höhle auftauchten und auf eine seltsame und fantastische Szene hinunter blicken über ihnen schimmerte die phosphoriszierende Decke 100 Fuß unter ihnen erstreckte sich der glatte Boden der Höhle auf der anderen Seite wurde dieser Boden von einem tiefen schmalen Bach durchschnitten der seinen felsigen Kanal durchflutete aus der undurchdringlichen Finsternis rauschend wirbelte er durch die Höhle und verlor sich wieder in der Dunkelheit die sichtbare Oberfläche spiegelte den Glanz von oben wieder das dunkle brodelnde Wasser glitzerte als sei es mit lebenden Juwelen besetzt mit eisigem Blau grellem Rot schimmerndem Grün und ständig wechselndem Schimmern Conan und seine Begleiterin standen auf einem der galerieartigen Vorsprünge die die Krümmung der hohen Wand säumten und von diesem Vorsprung aus erhob sich eine natürliche Steinbrücke in einem atemberaubenden Bogen über die weite Kluft der Höhle um sich mit einem viel kleineren Vorsprung auf der gegenüberliegenden Seite auf der anderen Seite des Flusses zu verbinden Zehn Fuß darunter überspannte ein weiterer breiterer Bogen die Höhle An beiden Enden verband eine geschnitzte Treppe die Enden dieser schwebenden Bögen Conans Blick folgte der Kurve des Bogens der sich von dem Fels Vorsprung auf dem sie standen weg zog und fing einen Lichtschimmer auf der nicht der grelle Phosphor der Höhle war auf dem kleinen Fels Vorsprung ihnen gegenüber befand sich eine Öffnung in der Höhlenwand durch die die Sterne schimmerten Doch seine ganze Aufmerksamkeit galt der Szene unter ihnen Die Priester hatten ihr Ziel erreicht Dort in einem geschwungenen Winkel der Höhlenwand stand ein steinerner Altar auf dem jedoch kein Götzenbild stand Ob sich dahinter ein Götzenbild befand konnte Conan nicht feststellen denn durch einen Trick des Lichts oder durch den Schwung der Wand blieb der Raum hinter dem Altar in völliger Dunkelheit Fackeln in Löcher im Steinboden gesteckt und bildeten einen Halbkreis aus Feuer vor dem Altar in mehreren Metern Entfernung Dann bildeten die Priester selbst einen Halbkreis innerhalb des Fackel Halbkreises und Gorulga hob beschwörend die Arme in die Höhe beugte sich zum Altar und legte die Hände auf ihn Der Altar hob sich und kippte an seinem hinteren Rand nach hinten wie der Deckel einer Truhe und gab eine kleine Krypta frei Gorulga streckte einen langen Arm in die Nische und holte eine kleine Messing Truhe hervor er senkte den Altar wieder an seinem Platz stellte die Truhe darauf und klappte den Deckel zurück den gespannten Beobachtern auf der hohen Empore schien es als hätte diese Handlung eine Flamme lebendigen Feuers freigesetzt die um die geöffnete Truhe herum pochte und zitterte Conans Herz machte einen Sprung und seine Hand griff nach dem Schwert griff die Zähne von Gvalua endlich der Schatz der aus seinem Besitzer den reichsten Mann der Welt machen würde sein Atem ging schnell zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen dann wurde er sich plötzlich bewusst dass ein neues Element in das Licht der Fackeln und der ins Leere laufen ließ Dunkelheit stahl sich um den Altar bis auf den glühenden Fleck bösen Glanzes der von den Zähnen Gvaluas geworfen wurde und der wuchs und wuchs die schwarzen erstarrten zu basaltischen Statuen deren Schatten grotesk und gigantisch hinter ihnen hervortrat der Altar war nun in das Licht getaucht und die verblüfften Züge Gorulgas zeichneten sich in die sich ausweitende Beleuchtung und langsam mit dem kriechenden Licht wurden Gestalten sichtbar die aus der Dunkelheit und Stille herauswuchsen zuerst schienen sie wie graue Steinstatuen diese unbeweglichen Gestalten haarig menschenähnlich und doch abscheulich menschlich aber ihre Augen waren lebendig kalte Funken aus grauem eisigen Feuer und als das unheimliche Leuchten ihre bestialischen Gesichter erhellte schrie Gorulga auf stürzte nach hinten und warf seine langen Arme in einer Geste des rasenden Entsetzens hoch doch ein längerer Arm schoss über den Altar und eine unförmige Hand packte ihn an der Kehle schreiend und kämpfend wurde der hohe Priester zurück über den Altar gezerrt eine hammerartige Faust schlug zu und Gorulgas Schreie verstummten schwach und zerschmettert sackte er über den Altar sein Hirn sickerte aus seinem zermalmten Schädel und dann stürzten die Diener Bidjakins wie eine Flut aus der Hölle auf die schwarzen Priester die wie grauen erregende Bilder dastanden dann gab es ein Gemetzel grausam und entsetzlich Conan sah schwarze Körper die wie Spreu durch die unmenschlichen Hände der schlechter geschleudert wurden gegen deren entsetzliche Kraft und Beweglichkeit die Däuche und Schwerter der Priester wirkungslos waren er sah wie Männer hochgehoben wurden und ihre Köpfe gegen den Steinaltar schlugen er sah eine brennende Fackel die von einer monströsen Hand ergriffen und unaufhaltsam in den Schlund eines gequälten unglücklichen gestoßen wurde der sich vergeblich gegen die arme Werte die ihn festhielten er sah wie ein Mann in zwei Teile gerissen wurde wie man ein Huhn zerreißen könnte und wie die blutigen Teile quer durch die Höhle geworfen wurden das Massaker war so kurz und verheerend wie das Rauschen eines Hurricanes in einem Anfall von roter abgrundtiefer Grausamkeit war es vorbei bis auf einen Unglücklichen der schreiend den Weg zurücklief gestalten die ihre rot verschmierten Hände nach ihm ausstreckten Flüchtiger und Verfolger verschwanden in dem schwarzen Tunnel und die Schreie des Menschen halten schwindend und wir aus der Ferne zurück Muriela lag auf den Knien und umklammerte Conans Beine ihr Gesicht war an sein Knie gepresst und ihre Augen waren fest geschlossen sie war ein zitterndes bebendes Abbild des blanken Entsetzens aber wie elektrisiert ein kurzer Blick hinüber zur Öffnung durch die die Sterne leuchteten ein Blick hinunter auf die Truhe die noch immer offen auf dem blutverschmierten Altar loderte und er erkannte und wagte das hoffnungslose Unterfangen ich werde diese Truhe schnappen knirschte er bleib hier oh Mitra nein vor Schreck stürzte sie zu Boden und griff nach seinen Sandalen nicht nein nicht verlass mich bleib liegen und halt den Mond schnappte er und löste sich aus ihrer verzweifelten Umklammerung er beachtete die gewundene Treppe nicht mit rücksichtsloser Eile ließ er sich von Sims zu Sims fallen als seine Füße auf dem Boden aufschlugen war von den Monstern nichts mehr zu sehen ein paar der Fackeln flackerten noch in ihren Fassungen der phosphorisierende Schein pochte und bebte und der Fluss floss mit einem fast artikulierten Gemurmel schillernd mit ungeahnten Strahlen der Schein der das Erscheinen der Diener angekündigt hatte war mit ihnen verschwunden nur das Licht der Juwelen in der Messing truhe schimmerte und bebte er griff nach der Truhe und registrierte ihren Inhalt mit einem lüsternen Blick fremde seltsam geformte Steine die mit einem eisigen nicht-irdischen Feuer brannten Er schlug den Deckel zu klemmte sich die Truhe unter den Arm und rannte die Treppe wieder hinauf Er hatte keine Lust den höllischen Dienern von Bidjakin zu begegnen Sein Blick auf sie in Aktion hatte jede Illusion über ihre Kampfkraft zunichte gemacht Warum sie so lange gewartet hatten bevor sie die Eindringlinge angriffen konnte er nicht sagen Welcher Mensch könnte die Motive oder Gedanken dieser Monstrositäten erraten Dass sie über eine den Menschen ebenbürtige Geschicklichkeit und Intelligenz verfügten war erwiesen Und dort auf dem Höhlenboden lag der purpurne Beweis für ihre bestialische Grausamkeit Das korinthische Mädchen kauerte immer noch auf der Empore wo er sie zurückgelassen hatte Er ergriff ihr Handgelenk und zerrte sie stöhnend auf die Beine Ich denke es ist Zeit zu gehen Zu verwirrt vor Schreck um zu begreifen was vor sich ging ließ sich das Mädchen über die schwindelerregende Brücke führen Erst als sie über dem rauschenden Wasser schwebten blickte sie nach unten stieß einen erschrockenen schrei aus und wäre gestürzt wenn Conan nicht seinen massiven Arm um sie gelegt hatte Er knurrte ihr ein Vorwurf ins Ohr nahm sie unter den freien Arm und fegte sie mit flatternden Armen und auf die Beine zu stellen eilte er durch den kurzen Tunnel in den diese Öffnung mündete einen Augenblick später kamen sie auf einem schmalen Fels Vorsprung an der Außenseite der Klippen die das Tal umgaben zum Vorschein weniger als 100 Fuß unter ihnen wogte der Dschungel im Sternenlicht Conan blickte nach unten und stieß einen Stoßseufzer der Erleichterung aus Er Stoßseufelte dass selbst er unbelastet an dieser Stelle hätte aufsteigen können Er stellte die Truhe die noch immer mit Gorulgas Blut beschmiert und mit seinem Hirn verklebt war auf den Sims und wollte gerade seinen Gürtel abnehmen um sich das Kästchen auf den Rücken zu binden als er durch ein unheimliches und unmissverständliches Geräusch hinter sich aufgeschreckt wurde bleib hier schnauzte er Er zog sein Schwert glitt in den Tunnel und starrte zurück in die Höhle Auf halbem Weg über die obere Spannweite sah er eine graue entstellte Gestalt Einer der Diener von Bityakin war ihm auf den Fersen Es bestand kein Zweifel dass die Bestie sie gesehen hatte und ihnen folgte Conan zögerte nicht Es mochte einfacher sein den Eingang des Tunnels zu Er rannte auf die Brücke hinaus direkt auf das herannahende Monster zu Es war weder ein Affe noch war es ein Mensch Es war ein schlurfendes Grauen aus den geheimnisvollen namenlosen Dschungeln des Südens wo seltsames Leben in der stinkenden Vollnis wimmelte ohne die Herrschaft des Menschen und Trommeln in Tempeln donnerten die nie den Schritt eines menschlichen Fußes gesehen hatten Wie die alten Pelishti die Herrschaft über sie erlangt hatten und damit die ewige Verbannung von der Menschheit war ein übles Rätsel über das Conan nicht zu spekulieren gedachte selbst wenn er Gelegenheit dazu gehabt hätte Mensch und Ungeheuer trafen sich am höchsten Punkt der Brücke wo hundert Fuß tiefer das wütende schwarze Wasser rauschte als die monströse Gestalt mit ihrem aussätzigen grauen Körper und den Zügen eines geschnitzten unmenschlichen Götzen über ihm auftauchte schlug Conan zu wie ein verwundeter Tiger mit jedem Gramm Kraft und Wut hinter dem Schlag dieser Schlag hätte einen menschlichen Körper in Stücke gerissen aber die Knochen des Dieners von Bityakin waren wie gehärteter Stahl doch selbst gehärteter Stahl hätte diesem wütenden Schlag nicht ganz standhalten können Rippen und Schulterknochen lösten sich und Blut spritzte aus der großen Wunde es blieb keine Zeit für einen zweiten Schlag bevor der Chimeria seine Klinge wieder heben und sich befreien konnte wurde er von einem riesigen Arm von dem Bogen geschleudert wie eine Fliege von der Wand geschleudert wird als er nach unten stürzte klang das Rauschen des Flusses wie eine unteren Bogen einen blutigen Augenblick lang schwankte er unsicher hin und her dann hakte er sich mit den Fingern an der anderen Kante ein und brachte sich in Sicherheit sein Schwert noch in der anderen Hand als er aufsprang sah er wie das ungeheuer Blut überströmt auf das felsige Ende der Brücke zu eilte offensichtlich in der Absicht die Treppe hinunter zu steigen die mitten im Lauf inne und Conan sah es auch Muriela stand mit der Juwelentruhe unter dem Arm und starrte wie gebannt in die Tunnelöffnung mit einem triumphierenden Brüllen hob das Monster sie unter einen Arm schnappte sich mit der anderen Hand die Juwelentruhe als sie sie fallen ließ und drehte sich um um über die Brücke zurück zu laufen suchte vor Leidenschaft und rannte ebenfalls auf die andere Seite er bezweifelte dass er die Treppe zum höher gelegenen Bogen rechtzeitig erklimmen konnte um die Bestie zu erwischen bevor sie sich in das Tunnellabyrint auf der anderen Seite stürzen konnte aber das Ungeheuer wurde langsamer wie ein Uhrwerk lief es ab Blut floss aus der schrecklichen Wunde in seiner Brust und es taumelte betrunken von einer Seite zur anderen plötzlich stolperte es taumelte und kippte zur Seite stürzte kopfüber vom Bogen und in die Tiefe hinunter Mädchen und Juwelenkiste entglitten der kraftlosen Hand und Muriela Schrei ertönte fürchterlich über dem Rauschen des Wassers unter ihm Conan befand sich fast unter der Stelle von der die Kreatur gestürzt war das Ungeheuer traf den unteren Bogen und schnellte davon aber die sich windende Gestalt des Mädchens schlug auf und klammerte sich fest und die Truhe schlug in ihrer Nähe auf den Rand des Bogens ein herabfallender Gegenstand schlug auf der einen Seite von Conan auf einer auf der anderen für den Bruchteil einer Sekunde schwankte die Truhe am Rand der Brücke und Muriela klammerte sich mit einem Arm fest das Gesicht verzweifelt zu Conan gewand die Augen vor Todesangst geweitet und die Lippen zu einem eindringlichen Schrei der Verzweiflung geöffnet Conan zögerte nicht und warf auch keinen Blick auf die Truhe die den Reichtum einer Epoche enthielt mit einer Schnelligkeit die die Sprungkraft eines hungrigen Jaguars beschämt hätte stürzte er sich auf sie ergriff den Arm des Mädchens gerade als ihre Finger von dem glatten Stein abrutschten und riss sie mit einem explosiven Hieb auf die Brücke hinauf Die Truhe kippte um und schlug 90 Fuß tiefer auf dem Wasser auf wo auch schon der Körper des Dieners von Bityakin verschwunden war Ein Plätschern ein aufspritzender Schaum markierte die Stelle an der die Zähne von Gualua für immer aus dem Blickfeld der Menschen verschwanden Conan verschwendete kaum einen Blick nach unten Er huschte über den Bogen und rannte wie eine Katze die Felstreppe hinauf wobei er das schlaffe Mädchen trug als wäre es ein Säugling gewesen Ein grässlicher Schrei veranlasste ihn über die Schulter zu blicken als er den oberen Bogen erreichte um zu sehen wie die anderen Diener zurück in die Höhle unter ihm strömten wobei ihnen das Blut aus den gefletschten Reißzählen tropfte sie stürmten rachsüchtig brüllend die Treppe hinauf die sich von Etage zu Etage hinauf schlängelte er aber warf sich das Mädchen kurzerhand über die Schulter raste durch den Tunnel und stürzte sich selbst wie ein Affe die Klippen hinunter wobei er sich mit halsbrecherischer Unbekümmertheit von Halt zu Halt fallen ließ und sprang als die grimmigen Gesichter über den Vorsprung der Öffnung blickten sahen sie den Chimeria und das Mädchen im Wald verschwinden der die Klippe umgab nun sagte Conan und setzte das Mädchen im Schutz der Äste auf die Füße jetzt können wir uns Zeit lassen ich glaube nicht dass diese Bestien uns aus dem Tal heraus folgen werden außerdem habe ich ein Pferd an einer Wasserstelle in der Nähe angebunden falls die Löwen es nicht gefressen haben Teufel warum weinst du denn jetzt sie bedeckte ihr tränen verschmiertes Gesicht mit den Händen und ihre schlanken Schultern bebten vor Schluchzen ich habe deine Juwelen verloren jammerte sie kläglich es war meine Schuld hätte ich dir gehorcht und wäre auf dem Fels Vorsprung geblieben hätte mich dieser Unmensch nie gesehen du hättest die Edelsteine fangen und mich ertrinken lassen sollen ja das hätte ich wohl stimmte er zu aber vergiss es kümmere dich nicht um das was vergangen ist und hör auf zu weinen ja so ist es besser komm jetzt du meinst du wirst mich behalten mich mit dir nehmen fragte sie hoffnungsvoll was soll ich denn sonst mit ihr machen er warf einen anerkennenden blick auf ihre figur und grinste über den zerrissenen rock der eine großzügige ausdehnung verführerischer elfenbeinfarbener kurven enthüllte ich kann eine schauspielerin wie dich gebrauchen es gibt keinen grund nach keschia zurückzukehren in keschan gibt es nichts mehr was ich will wir werden nach punt gehen die leute in punt verehren eine frau aus elfenbein und waschen das gold in weidekörben aus den flüssen ich werde ihnen sagen dass keschan mit tut megri paktiert um sie zu versklaven was wahr ist und dass die götter mich geschickt haben um sie zu beschützen für etwa ein haus voll gold wenn es mir gelingt dich in ihren tempel zu schmuggeln um den platz mit ihrer elfenbein göttin zu tauschen werden wir ihnen die fleischreste bevor sie überhaupt begreifen was passiert Conan Die Juwelen von Gvalur von Robert E. Howard Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl BND SCH Michael Simnacher Ulf Hickmann Savas 420 Groovy Cat Christian Santer und Alexander Grobe Vielen Dank Die Juwelen B